Musik So, dann läuft das hier auch schon wieder. Wunderbar. Ja, bei Twitch sagt er noch nicht mal, dass ich offline gewesen bin. Er sagt, die Sitzung geht seit 5 Stunden, okay? Aber warum sagt er jetzt, die Bitrate ist? Hä? Doch, das ist alles cool. Ausgelassen, Frames 8, okay. Okay. YouTube sagt auch, alles tut hier, ne? Genau. Twitch, da ist er jetzt. Ah, stimmt da was nicht. Twitch sehe ich gerade, das ist die Bitrate. Kacke, okay. Okay. So, mach mal das, mach mal das. Wo ist der Chat? Da ist der Chat, genau. Genau, dieser Vorspann. Bin da, wer noch? Daumenchecker. Hallo, Olaf. Einer da, alle gehen heim. Hey, listen, wer ist noch da? Steffen. Ah, ist plate. Guten Abend, guten Abend, hallöchen, hallöchen. Ich bin mal gespannt, wann es so zu den ersten richtigen Locations geht, die man so im Vorspann auch sieht. Okay. Ja, mal gucken, mal gucken. Wie gesagt, ich habe ja auch schon so ein Eventding da mitgemacht. Wenn mein Handybildschirm dunkel ist, sieht das Thumbnail aus wie ein verfallener Zombie-Hirsch. Okay. Das ist aber eigentlich hinter Leuten zu sehen, ne? Jetzt geht's los, genau, Paco. Dieser Vorspann. Geile Mucke. Hier, die gehört's. Ja, der Webcam ist absichtlich aus, ne? Ich sehe gerade, dass ich nur noch 35% Akku habe. Wollte ich erst mal testen. Die Alarme. Ja, gibt wir an. Spiel starten. Cam an. Los geht's. Ich habe immer noch nicht die ideale Position gefunden, wo ich mich am besten hinsetze. Ich sitze immer irgendwo im Weg, ne? Aber ich bin jetzt auch da in die Ecke gesetzt oder in die andere Ecke gesetzt oder oben irgendwo hin. I don't know. Irgendwas verdecke ich immer mit meiner Runzelrübe. Sound-Events, genau, die sind neu. Ja, die sind neu. Letzte Woche, ne? So, jetzt kommt mir hier erst mal wieder ganz viel Werbung. Na, was können wir hier? Desert Treasure. Wo habe ich denn die... Ne, ne, 70 tier 1. Anima-Tone überspringen. Ne, nix kaufen. Hier wird nix gekauft. Ich kaufe hier nix. So, nein. Wo bin ich? Ich bin gar nicht in der Base. Bin gar nicht in der Base, doch. Warum stehst du denn hier am... Na, hat Schneefuchs falsch vorhergesagt. Ich bin gar nicht in der Base, ich bin vor der Base. Genau, hier müssen wir wieder erst mal Farbenland verwalten, ne? Genau, was habe ich angebaut? Ich hatte Pilze angebaut. Warum auch immer, genau. Ich wollte mal gucken, was die können. Na, machen wir mal. Ernte, zack, alles ernten. Boom. Müssen wir mal so hartgut kaufen. Warte, ne, mach ich mal. China-Kohl, der Maschine-Kohl. Sechs Maschine-Kohl. Jawohl. Und sechsmal Dünger. Kaufen. Ach, das habe ich eingekauft. Da brauche ich jetzt noch fünf. So. So, so. Jetzt können wir hier. Säen. China-Kohl. Automatisch säen. Zack. Müssen wir düngen. Zack. Düngen. Und bewässern. Und jetzt wächst das Zeug. Da habe ich wieder vier Stunden nach. Richtig. Übersicht. Genau, vier Stunden, zehn Minuten. Da kommt, da kommt Besuch. Slipper Girl ist da. Hi. Guten Tag, guten Tag. Warte, mit dir muss ich auch die Liebe machen. Wie ging das? Äh. Hier, Kuss. Uh. Äh. Klatschen, wütend treten, weinen, lol. Wer ist das Fussel? Guck mal, eine Katze. Katze, Katze, Katze. Ja, hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Äh, äh. Lacht immer weiter. Fussel, guck mal. Kann man Fussel auch, äh, äh, winken? Nee. Silver Girl. Mau. Mau, Mau. Okay. Hi. So, ich hab jetzt wieder Zeug in der Tasche. Guck mal hier, was ich gebaut hab. Ja, mein, mein, äh. Meine tolle Hütte. Ich bin gecappt. Mein Level ist gecappt. Ich bin auf Level 59. Nein, nicht. Falsch da. Aber um weiter zu leveln, muss ich jetzt erst ein Stützpunkt ausbauen. Ein Stützpunktlevel ist zu niedrig, weshalb du keine EP anfordern kannst. Bitte erhöhe dein Stützpunktlevel so weit wie möglich. Ich bin gerade auf Level 59 irgendwie gefangen. Ja, auch noch. Hi. Warte, ja, begrüßen. Äh. Wo ist denn Hai? Herz, posieren. Warum ist Hai nicht direkt ganz das Erste? Klatschen, reden, wütend. Wääh. Furcht dann ablehnen, Herz drehen. Warum ist Hai nicht das Erste hier? Oder ist das so ein Duo-Skill? Nee, ne? Boom, kannst, Umarmung, like, ein bisschen Kuss, klatschen, wütend, reden, weinen, sitzen bleiben, lol. Furcht dann ablehnen, Herz, drohen, posieren. Ups, tanzen, niederschlagen. Ah, wo ist denn Hai? Ach, da, Hai. Nee, okay. Winken ist Hai. Ja, ja, aber wo ist Hai? Ach, hier, bei dir dann, ja? Nee, du hast ein sensibles Zeichen eingegeben. Bitte gib es nochmal ein, was? Da, Emojis. Am Chief. Ist kein Hai. Like, winken, kuss, klatschen, wütend, reden, weinen, sitzen bleiben, lol. Schüchtern, ablehnen, Herz, drehen, posieren, falten, hilflos Zweifel gucken. Ist kein Hai. Da ist Hai. Du hast ein sensibles Zeichen eingegeben. Bitte gibst nochmal ein. Winken machen. Muss winken. Winken. Zugewunken. Okay, jetzt haben wir es. Was haben wir hier? Wieder eine Freundschaftsanfrage. Jona Park, keine Ahnung, wie das ist. Jetzt kommt Nettie auch noch. Uh, sieht Nettie denn aus. Hallo. Okay. Ist nochmal Vollversammlung hier, oder was? So, äh, ich wollte meine Tasche ein bisschen leer räumen, glaube ich. Äh, nicht M, äh, B ist B für Backpack, genau. Ich hab wieder... Äh! Und ich hab rausgekriegt, was das hier für Zeug ist. Was hast du rausgekriegt? Ich hab mich ja letztens gewundert, dass ich Granaten werfen konnte, gar keine Granaten hab, oder? Was ist dieses Zeug hier? Taktische Ausrüstung. Was brauche ich entweder, wenn ich die Granaten werfen will, oder meine Heildinge dahin stellen will. Hier hab ich ja so... Äh, hier, das Zeug hier. Wo ist es denn jetzt? Äh. Ich kann... Bei Skills ist das irgendwo, ne? Äh, hier, Fähigkeiten. Wenn ich diese Granaten werfen will, oder dieses Gerät hier hinstellen will, dann brauche ich diese Taktik-Ausrüstung dafür. Was kann ich hier schon wieder machen? Wieso kann ich hier was verbessern? Äh, okay, ich hab so eine Dinger bekommen. Ja, zack, aufhören. Achso! Ich hab ein paar BD. Okay, dann weiß ich Bescheid. Äh, freundes Anfrage. Akzeptiert, okay. Ja, wie gesagt, ich bin auf Level 9 und 50 Grad gefangen. Achso, und da wollte ich da gerade mal, äh, äh, gucken, genau. Weil dafür brauche ich jetzt, äh, genau, hier anderes Zeug, Verbesserungskosten. Ich brauche einmal normales Leder, ich brauche Leinenplanel, Kupferlegierung und Sperrholzbrett für normales Leder. Ah, es läuft wieder dahin. Brauche ich jetzt so Sachen aus dem Level 2-Gebiet? Hier, zack, normales Leder, Waffenfertigen, normales Leder, genau. Da brauche ich Sprérieleinsamen. Die gibt's in der Zentralebene. Dafür brauche ich kleine Tierhaut. Jagd in der Zentralebene. Frérielein-Fasern. Zentralebene. Jo. Und Tiersehen. Also dafür müsste ich in die Zentralebene. Müssen wir auch gleich auf der Karte gucken, wo das ist. Das andere Holz muss ich halt auch in der Zentralebene Zeug sammeln. Ich bin ja die ganze Zeit hier, äh, weiß ich gar nicht, wie das Gebiet, Redwood-Wald, genau. Da wollen wir ja... Wie ging das hier mit dem Rauszoomen? Da, genau. Nein? Irgendwann, da, Weltkarte, genau. Muss ich halt hier ins Zentralebene. Da war ich schon in Hope. Ich war beim Hawksmarkt, genau. Und in der Station Glen. Da muss ich irgendwie jetzt jagen und so ein Kram. Aber ich will halt auch rauskriegen, wie ich meine Ding verbessern kann. U ist das, ne? Genau, nein, nicht U, äh, I. Nein, auch nicht I, sondern O. Ne? Hier, Level 2, Axt. Sagt er mir, Holzwerkzeug erlernen. Auch nicht wo. Doch, erhalten. Ah, da. Unterwegs fertigen. Ja, ja, ja. Level 2 habe ich bloß ein Level 2. Jetzt sagt er mir schon Level 3. Ey, bist du draußen los? Spitzacke, das gleiche. Spitzacke, Level 2, Level 3. Ausrüstungslevel 30, ja. Ist ja schön und gut. Dieses Werkzeug ist überlebenswichtig und macht es möglich, schneller Holz zu gewinnen. Wenn du Holzgewinn verwendet werden, unterwegs fertigen. Ja, aber ich kann es halt noch nicht unterwegs fertigen. Weil ich nicht weiß, wo ich Werkzeug bauen kann. So, was haben wir eigentlich hier noch? Überlegen, da gibt es wieder ganz viel Belohnung einzusammeln, ne? Schließlinie halten ab. Genau, habe ich auch schon mal für mich alleine gemacht. Ah, nee, das ist jetzt die Quest. Die ersten vier habe ich geschafft. Dann müssen wir hier noch los, 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 los. Genau, das war ganz gut. Also geschafft habe ich nichts, okay. Aber hier, doch, ich kann was einfordern. Einfache europäische Wand, was? Okay. Neue Anleitung freigestaltet, okay. Masterchef hatte ich zum Beitreten eingeladen. Und jetzt machen wir einen Bauplan, lernen, lernen. Okay, Baupläne für irgendwas zu bauen. Vorteile, was habe ich hier noch? Achso, hier könnte ich mir die ganzen Dinge einfordern. Ja, dadurch, dass ich gestern nicht eingeloggt habe, habe ich natürlich ein bisschen was verpasst, ne? 500 Silber für umsonst. Das ist eine Werbung, läuft der Unterbrechung. Tätische Anmeldung, gibt es auch eine Belohnung. Aufstellung? Oh, ich habe mich am 9. und am 10. nicht eingeloggt. Das kostet mich dann, okay. Gekaufte Wiederherstellung benutzen. 5 Wurzerte Wiederherstellung übrig. Ich habe mich am 9. und am 10. nicht eingeloggt, okay. Das habe ich dann die Belohnung nicht bekommen, okay. Geschenkte Ravens. Warte, ist mal weg da. Hallo. Bitte. Raven Trainingslager. Einsammeln. Schließe einmal tägliche Sondereinsatz ab. Guck. Talentpunkte 1000 Stück. Seltenes Metall, seltenes Schuppen, Silber, okay. Also, wenn du dich einloggst, bist du erstmal, äh... Warte mal, das Ding da weg. Ach da, X. Kostenlos, okay. Bist du erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt, kostenlose Geschenke einzusammeln. Was haben wir hier noch? Ravens Trainingslager. Eingefordert, eingefordert. Ach da, einsammeln, okay. Ach, das ist wahr, Bauplan. Gutschein, Kampfpunkte. Ach so, das ist der Kram noch. So, was, 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 was haben die jetzt vor hier? Warum haben die mich eingeladen? Und wozu? Was ist das? Äh, er hat sich eingeladen, einem Team beizutreten. Habe ich doch gerade akzeptiert. Aha. Warte darauf, dass der Käpt'n ein Team... Geistig. Dann hört er uns. Was? Mikrofon einschalten, ist das jetzt zu Dauersenden? Ja. Hallo? Hallo. Hallo? Wo geht's hin? Wir folgen dir. Wir folgen mir. Ich weiß noch selber gar nicht, was ich jetzt mache. Zu mir und die Base. Bordi. Was ist jetzt eure Level? Ich war gerade irgendwo in der Teamübersicht. Ach da oben. Oh, sie war voll leise, der in-game-Chat, ne? Geht das irgendwo lauter? Cool, also geht das ganz normal, aber quatschen dann. Mikrofon 90 Prozent, äh, Lautsprecherkopf. Ja, leider kennst du die Lautstärke mit dir selbst. Audio, hallo, hallo, hallo. Aber ich höre mich selber, irgendwer hat zugelaufen. So, jetzt muss es besser sein. Okay, okay, ja. So, ich bin nämlich immer noch durchklicken hier, weil man so direkt schnell wieder geschenkt bekommt. Ja, vergesst nicht die Kisten. Bitte? Vergesst nicht die Kisten. Ja, 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 da bin ich noch gar nicht. Vorteile, da bin ich gerade dran. Wo gibt es die Kisten denn? Aufbewahren. Ah, hier, hier, die Dinger hier, ne? Vorräte. Einmal zielen, kostenlos. Silber geräkelt sich auf der Matte, jo. Glückwunsch. Ach, draußen Silber. Ja, perfekt. Jetzt gibt es hier erstmal, ja, denn das lohnt es sich eigentlich, um sich immer täglich einzuloggen. Das wird eigentlich nicht gemacht. Einfach nur, um die ganzen Belohnungen hier einzusammeln. Silizium-Cabit. Was haben wir hier? Rekombinierung, was? Rekombinierungsmittel. Überschreite natürliche menschliche Fähigkeiten durch Gen-Rekombination. What? Okay, wo habe ich jetzt? Hab ich mal drauf. Ihr seid nur total leise, man hat ja gerade irgendwas gesagt. Der Spieltod ist so laut. Plattenpanzer, okay. So, haben wir alles. Ne, da ist Outfit. Wollen wir einen Stützpunkt? Was ist das denn? Okay, öpp, 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 öpp. Ich glaube, ich habe alles jetzt, ne? Na, kauf, geschenkt. Ach nee, da kann ich was als Geschenk auf den anderen schicken, ne? Keine Ahnung, was hier jetzt gerade noch ist. Harte noch. Äh, Terminplan, das sind auch irgendwelche komische Dinge hier. Da ist irgendein Event. Da ist so ein Event-Ding hier. Wo krieg ich das weg, da? Ja, jetzt stehen wir hier. Was habt ihr vor? Was, was, wie, wo, was, was kann man in der Gruppe machen? Ja, der geht jetzt in den Rally. Also, du brauchst auf jeden Fall erst mal hoffenweise Materialien. Ja, wollte ich mich jetzt dran machen. Also, mal gucken, was ich hier machen kann. Du musst mindestens bis Stützpunkt 8. Kann man das nicht lauter machen? Ne, geht leider nicht. Ich bin schon nah genug am Mikrofon dran, ne? Audio, Interface, Musik, Hauflotstärke. Du könntest höchstens die Musik leiser machen. Naja, hab ich da gerade gar keine Ahnung, aber der Hund, der hechtet lauter als ihr. Was? Das Hünschchen, das Lärm. Und ich verstehe euch nicht. Und Puzzle macht Miau. Wow, interagieren? Kann man hier machen. Das ist eine süße Katze. Ich kann interagieren mit F, aber passiert nichts. Warte mal, hier war doch so, wo ist denn das? Nein, hier nicht. Wo war denn das, wo ist denn das? Terminplan, da. Außenposten, da. Ihr Teilnehmer, 3-4 pro Team, okay. Und jetzt seid ihr auch hier, oder was? Ne, ne? Ich hab keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich hab da irgendwie ein Zeichen gesetzt, wo er hingeht. Jetzt ist er so weg. Ich spiele mal, ich spiele nie. Wie ist das denn? Achso. I've marked a spot. Aha, markt a spot, hab ich das? Lange mir zu. Er sagt, ah, markt a spot. Ich weiß, wo er ist. Unterschlupf, der Webel. Ja, ich hab hier so ein Ding geklickt. Warte. Bei erkunden. Nein, nicht bei erkunden. Bei Wo hab ich denn grad drauf geklickt? Wo hab ich denn grad drauf geklickt, Leute? Terminplan, Terminplan und dann Außenpostenauftrag. Ja, ne. Achso, warum? Was poppt denn da oben alles durch? Ich hab hier ganz viele Laufschrift. Hat man nur Liebeserklärung gemacht? Achso, ich hab dir ganz scheiße, okay. Ist das der Typ da? Okay. Außenpostenauftrag, okay. Okay. Diese Außenposten ist unser erster Versuch, die Welt wieder aufzubauen und dabei brauchen wir deine Hilfe. Jeden Tag gibt es wichtige Aufgaben zu erledigen. Möchtest du uns helfen? Ja, jetzt ist er, bin ich ja hier. Bist du dumm, oder was? Außenposten... Wo kommt die ganze Schrift dahin? Außenposten sind eine wichtige Säule, die uns das Überleben dieser apostapokalyptischen Welt ermöglichen. Es liegt an jedem von uns, einen Teil zum Überleben und die Beine der Außenpostes beizutragen. Unterschlupfte Reifens vergibt täglich neue Außenpostenaufträge. Außenpostenaufträge sind vier Grundtypen und der Teil von denen jeder und schon weg ist es. Komm mal wieder einer schneller! Also das habe ich auch noch nicht gemacht. Es stand dabei, dass es eine Gruppendingz ist. Deshalb, keine Ahnung. Was muss man hier machen? Finde Einsatz... Ja, was? F zum Interagieren. Was muss man sich machen? Wo muss ich jetzt hin damit? Ja, wir müssen das hier ins Auto packen, oder? Ne, dahinter. Ach ne, da. F ablegen, okay. Zwei von vier, drei von vier. Ich habe keine Waffe ausgerüstet. Warum? Sturmgewehr. Mäh. Wir brauchen nur noch eins, ne? Bei mir ist das Symbol hier weg, okay. Bäh, 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 okay. Rett automatisch weiter, auch ganz cool. Aha, die müssen wir wegballern. Nett, die rennt erst aufs Ohr. Und meiner rennt hier automatisch irgendwie durch die Gegend. Oh, wer sind die denn? Der selbe war. Der ist 83, what? Oh, der ist schon tot, okay. Freundschaftspunkte erhöht. Oh, jetzt machen wir Freundschaftspunkte, guck mal. Ja, ja, wir haben da durch Freundschaftspunkte. Hm. Das ist normal, hat sich bei Elvis Walker auch. Vielleicht haben wir eben auf Automatik zurückgeklickt und er rannt jetzt auch ganz von alleine hier los, ne? Aber ja, ein bisschen schön zu wissen, was man hier gerade tut, ne? Also ich hab jetzt hier woanders gerade noch mal kieren. Ich hab noch zu keuschen. Was ist hier? Hier kann ich Foto machen. Und hier bitte hier. Ich verstehe euch nicht. Ich hab hier so viel geballert. Ich hab hier so viel geballert. Du hast Hunger. What? Ist was. Wo müssen wir hin? Da hinten, okay. Okay. Ich hab hier abgeschlossen. What immer. 18 Meter die Richtung. Hast du Gefußspuren? Boden untersuchen. Okay. Das rönt ja wieder automatisch los. Äh, okay. Ich mach Schuss ab. Okay, darf ich auch mal schießen? Ah, ein Schlüssel. Ich muss mich heilen. Äh, what? Wenn die Nadel deaktiviert ist, tippe darauf, um das Drehen zu stoppen. Und die Signalzone auf die Nadel zeigt, weiter zu schalten. Dann hat er alle Zonen frei, um die Quotieren abzuschließen. Okay. Mach grad schon mal anders, wa? Äh. Ist das jetzt erledigt schon? Ja. Die Quest ist abgeschlossen, ja. Ja, ich glaub, da hab ich mir was geklickt. Deshalb ist es ja eigentlich, hab ich ja vorgehabt, allein zu spielen, damit ich das mal alles kennenlerne. Jetzt bin ich hier fertig mit dem Zeug und weiß gar nicht, was ich getan hab. Wieder durchgecarried worden. Ist jetzt fertig, erledigt, oder was? Hinweis, äh, was steht hier? Event, Event-EP nicht verfügbar, ja. Level-Limit, ja, ja, ja. So. Ich bin auch gehandicapt. Ich muss auch leveln. Ja, so wie du aussiehst. Ja, ja gut, ist ja gerade faschig. Ist ja gerade faschig. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? So war, äh, äh, Minen von Koller, okay? Hier bin ich sogar schon mal gewesen. Und da hab ich halt festgestellt, wenn ich hier Bäume fälle und Ärzte hacke, kommt da kaum Zeug raus. Weil die sind hier, Alter, bei 55. Ich muss schon zurück, dann schau mal an der Karte her. Oh, ne, ohne Ende Munition. Die Bäume hier, die kann ich zwar auch fällen, aber da kommt da kaum was bei raus. Weil deine Axt noch nicht so hoch ist. Ja, ja, eben. Und da will ich noch raus nicht verraten, wenn ich rauskriege nicht, wird das erkannt. Ich hab immer noch Axt-Level 1. Aber hier kann ich irgendwie das Aloe-Zeug pflücken. Nö, nicht oder auch nicht, okay? Ich kann hier zwar fällen, nach Holder, aber da kommt kaum was raus. Weil ihr mir sagt, dass, äh, meine Axt zu niedrig ist. Was hab ich hier? Du, hast du was Neues freigestaltet hier, wa? Okay. Was? Da ist ein Spot, ja. Ich hab hier eine Stelle markiert. Warum? Und wo? Hä? Was ist das? Was ist das? Käpt'n ruft das Team. Wohin? Warum? Auf Zentralebene. Wo du looten kannst. Äh, genau. Ressourcen Level 2. Aber trotzdem hab ich immer noch keine Level 2 Axt. Ich weiß, dass ich hier auch so Zeug rauskriege, aber ich will die Level 2 Axt haben. Oh, hier ist aber schön. Da vernünftig, da brauch ich Leder. Da ist es ja nicht das Problem, die Tiere. Aber Holz und Erz. Hat der überhaupt Leder? Was ist denn das hier? Wie sind es Bison? Bison. Fleisch. Da brauch ich doch für dieses eine Leder. Tadellose, kleine Tierhaut. Ne, ich brauch so eine tadellose Tierhaut oder sowas, ne? Guck mal. Ha, ist ja cool. So eine Motorhaube von einem Auto als Ballon. Okay. Hier mit Netti in einen Ballon. Okay, einen Heiratsschuss. Äh. Haben die denn auch anderes Zeug oder haben die auch nur ganz normal Stofffetzen? Ist da hinten, warum ist so eine Markierung? Chemie, die war es dann auf der linken Seite, so ein klein Hammer. Mach dir mal bitte auf. Mein Dagen. Dann kann ich mal sehen, wegen der Axt Level 2, musst du mal runterscrollen. In dem, äh, wo die Echsen drin sind und das Lagerfeuer. Ich muss Werkzeug erlernen. Und das möchte ich bitte nicht erfahren, wie das geht. Das möchte ich mir herausfinden. Der steht doch da. Statt, wenn ich jetzt hier den Baum fälle, sagte mir dann, ne? Werkzeug Level zu Dietrich. Achtung, Gewitter. Nicht genug Gesundheit. Ist das saurer Regen? Mhm. Ja. Das muss ich durch. Bist irgendwo unterstellen. Fertig, jetzt klar. Mhm. 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 Äh, da. Ja, unterstellen. Hier ist nichts unterstellen. Was ist noch da? Wo ist noch ein Quest? Aber das will ich nicht. Ich bin aufgehört. Es steht da, sagt er. Werkzeug erlernen in Level 2. Ja, mehr steht da nicht dran. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Stappi, ich bin wieder entführt worden. Hier wollte ich weitermachen. Abenteuerer Leitfaden. So, ach, das haben wir alles fertig. Ja, stimmt. Da waren wir dran. Wo viel Spieler? Er lerne das Talent. Meister. Schloss. Knacker. Okay. Ich will erst mal lernen, wie schnell. Axt bauen. Tipp im Menü auf Rollen. Tippe dann auf Plündern. und wähle Talente und die Fähigkeit. Okay. Auf Rollen? Tippe im Menü auf Rollen. Tippe dann auf Plünderer und wähle Talente und die Fähigkeit Meisterschaft. ausknackert zu erlernen. Im Menü. Das ist für klasse. Da habe ich mich auch noch nicht entschieden. Rolle ist gesperrt. Da ist ein Schloss davor. Erreiche Level 16 und schließe die Rollentutorial-Mission ab. Ja, da bin ich schon gerade dran. Hä? Ich bin schon wieder lost. Ich sage mal, hier soll ich auf Rollen klicken und vorher soll ich der Toil abschließen, aber das ist vorher nicht erwähnt worden. Ich bin wieder auf Rollen. Ich bin wieder auf Rollen. Ich bin wieder auf Plünderer, aber da kann ich noch so draufklicken. Wenn die einen Nacken. 71 Spiegel. Ach, ja, Nacken. Stimmt, du hast ja mal Nacken. Hallo. So, nicht für Zufall, Herr Amina. Hallöchen, hallöchen. Ich kann sie überlesen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Bin da. Hallo, Schnappi. Geh mit Nett hier. Hast du schon von Pell World gehört? Was habe ich gehört? Nein, ich habe nichts gehört von Pell World. Oder habe ich von das Spiel Pell World schon gehört. Das besitze ich und habe schon 20 Stunden gespielt, ja? Wunderschönen guten Morgen, genau. Du warst bis auch im Regen da, der niedrige Gesundheit, genau. Der Hauptquest, ja, wenn ich, ich bleibe mal gar keine Hauptquest, ich bin immer noch in der Tutorialquest und jetzt muss ich hier. Mission. Mission Holzfäller, Unterstuflöfens, nee. Tutorialabend, aber Leitfahrend. Tutorialdirigent, Tutorialfibi wieder treffen. In der Errüstung. In der Toten, Stützpunktparty. Revolverheld. Linie halten. Mission. Visier fertigen. Fördern. Fokusfähigkeit. Die Tiere, schwarzes Brett. Fliegen, da ist nix. So. Erreiche Level 60, ich bin 16, ich bin 59 und schließe die Rollentutorialmission ab, ja, wenn du mir sagst, wo? Da geht. Das goldbeug. Hauptmission, also Hauptmission Holzfäller, habe ich noch gar nix gemacht. Fokusfähigkeit, Fokusfähigkeit, Klassenlehrer. Da gibt's noch gar nicht. Geht zum Unterschlupf und nimm den Brief an. Militär ausrüstung, Überlebensdruck. Lies mal die Hauptmission durch. Unterschlupf, in der Christopher Unterschlupf und Frage nach Holzfällerrolle. Ja. Aber ich kann ja noch keine Rollen freischalten, weil die Rollen noch alle gesperrt sind. Das ist ja das, wo ich die ganze Zeit schon von gesprochen habe, dass ich da was mit Holzfäller habe. Und mal ein bisschen folgen. So, jetzt müssen wir hier klicken. Dann müssen wir da, nee. Mission folgen, Karte. Da müssen wir hin. Brauchen wir mal. Ja, lauf. Ich lauf los. Das ist ein das Spiel Klavier. Der ist im Auto. Ja, geil. Ufo 90 Meter, okay. Die Richtung hier. Oh, oh, oh. Oh, Christopher. Geht's im Unterschlupf? Frag Christopher nach der Holzfällerrolle. Okay, Holzfäller. Mit der Hilfe der Ravens ist im Redwood-Außenposten wieder Normalität eingekehrt. Wie du siehst, schickt der Redwood-Falb voller natürlicher Ressourcen. Du solltest lernen, wie du sie nutzen kannst. Als Tag für deine Hilfe im Außenposten werde ich dir etwas für die Holzgewinnung beibringen. Das klingt wundervoll. Vielen Dank. Ah, jetzt ist es freigeschaltet. Oh mein Gott. Das ist das, wo ich die ganze Zeit davon gesprochen habe. Mit dem Holzfäller, das du mal... Ja, okay. Ah, Bergarbeitersammler, Hunter, okay. Tippe, um Einzelheiten zur Holzfällerrolle einzuzeigen. Tippe, um Rolle aufzuleveln. Holzfäller, Bergarbeitersammler und Jäger, das sind die vier wichtigsten Berufe. Indem du regelmäßig die entsprechenden Arbeiten erledigst, sammelst du Erfahrungen und wirst besser darin. Du kannst den vier Berufen nachgehen, wie du es für richtig hältst. Und ich habe schon wie bescheuert Holz gefarmt. Okay. Jede Rolle hat eigene Talente und Fähigkeiten. Starke Arme gesperrt. Die Arme eines fähigen Holzfällers haben es wirklich in sich und können mehr Holz gewinnen. Effekt des nächsten Levels erhöht die Chance auf kritische Treffer bei Holzgewinnung und 2%. Ah, du kannst natürlich auch wieder Silbermünzen. Erreicher Talent Level 1. Okay. Ist jetzt gesperrt, weil was? Verbesserungsbedingungen nicht erfüllt. Was ist das? Holzfäller, der dieses wahrscheinlich Axt ist. Ah, hier, guckst du, du kannst jetzt eine Äxte Level 2 fertigen. Das ist genau Paco, wo ich schon gesprochen hatte. Und du sagst, du kannst keine bessere Axt bauen? Hast du vielleicht das Tutorial nicht gemacht, ne? Effekt ist, das nächste Äxte mit Level 2 fertigen. Genau, will ich haben. Bang, danke schön. Und das kannst du noch weiter verbessern. Jetzt guck, eine Achse Level 3. Bang, okay. Ah, 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 ah. Was brauche ich jetzt hier? Holzfäller. Ich muss Holzfäller Level 6 und Charakter Level 16. Holzfäller Level 1, aber Charakter Level 70, okay? Okay. Ist doch, ist doch, da wollte ich ja hin. folgende Folge, folgende, den Entwurf von Tischlern, setze Bretter zusammen und tanze in mit von Sägemehl und Metallpartikeln. Leider noch effizientere Methoden, um dann die Stuttung zu renovieren. Werde zum Hoffnungsträger eines jeden Trümmerhaufens. Werde Holzfäller. Hehehe. Jetzt kriegt natürlich ein Merkmal. Holzgewinnungsfähigkeit. Holzfäller können ihre Fähigkeiten verbessern, indem sie Bäume fällen. Sie verfügen dabei über eine höhere Wahrscheinlichkeit ganz seltenes Material zu finden. Sehr gut. Wichtige Holzgewinnungsmethode und fortgeschrittenes Werkzeug können die Abnutzung der Axt verringern aus einem effizienten Grund. Okay. Mit genug Übung kann ein Holzfäller zu einem hervorragenden Tischler werden und lernen vollkommen neue Holzmöbel herzustellen. Du kannst eine spezielle Holzbearbeitungskalern. So, okay, okay, okay. Hier ist dann die Holzfällergalerie, okay? Und er war, okay. Okay, und jetzt gibt es hier noch mehr Rollen. Okay, hier gibt es noch Bergarbeiter. Wie kann ich das da freischalten? Okay. Ah, hier. Kostet dann alles immer Silber. Muss man Bergarbeiter Level 1 haben und Charakter Level 1. Dankeschön. Und hier kannst du jetzt die neue Axt bauen. Eine Spitzsacke bauen. Jawohl. Das ist das, was ich finden wollte. Perfekt. Dann gibt es hier noch Sammler. Okay. Cooles Bild. Sammler glauben, dass der Mensch nur dafür gemacht wurde, Geschenke der Natur anzunehmen. Voller Demut behandeln sie Bäume oder andere Pflanzen als ihre Freunde. Wie leicht schaffen sie es genau deshalb zwischen verschiedenen Pflanzenarten zu unterscheiden. Die Ressourcen, okay. Sammler-Fähigkeit. Ja. Ganzenmöbel, Kräuter-Experte, okay. Die kann sich auch wieder was freischalten. Perfekt. Erhöht Chance auf die Stoffe beim Sammeln. Verringert sich die Geschwindigkeit mit der Kondition abnimmt um 5%. Okay. Aber Sammeln von verbessert. Sammler. Beim Sammeln verbessern Versammler ihre Ausdauer. Verringert die Geschwindigkeit, okay. 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 Und dann gibt es hier noch Hunter. Jagdfähigkeit, okay. 2% okay. Dann kann ich besser jagen, okay. 1% Widerstand gegen kritische Treffer. 2%. Das kannst du aber nicht freischalten, weil Hunter Level 5, okay. Und hier gibt es dann noch Rollentalente. What the heck? What the heck? Level 10. Gewährt den Titel Anfänger Holzfäller. Dieser Titel erhöht den Schaden der Rolle, wenn er aufgerüstet ist. Okay. Da geht es noch weiter. Oh. Du Scheiße. Ich fahre mal nach Berghain. Das wird zack, glaube ich. Ja, genau. Bei mir war das komplett anders. Oder eine andere Mission. Habe ein Foto gemacht. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal. Koch gibt es das gleiche auch nochmal, ne? Genau. Dann kann ich hier 2% beim Kochen 2% beim Kochen 2% zuzubehalten, okay. Es ist gesperrt. Jetzt habe ich schon so viel gekocht, ey Typ. Angler Level 1. Auf auch egal die Wartezeit während manuellen Angeln von 15. Okay. Das Mikro muss dann keine Einstellung entstanden. Sammler? Das heißt doch auch Sammler. Du ziehst durch die schmutzigen Straßen und die rattenverseuchten Abwasserkanäle der Stadt und nutzt deine besonderen Fähigkeiten, um über die Runden zu kommen. Nur wenn du überlebst, kannst du zu einer Legende der Straße werden. Plünderer gehen, wo ich denn sie wollen, werden von niemandem beherrscht, okay. Betteln. What? Sondermodus. Betteln und Schloss knacken. Hier ist Schloss knacken, genau. Dann ist das da aber auch wieder falsch beschrieben, ne? Tippe auf Rolle, tippe auf Plünderer und wähle Talente. Das heißt ja, wenn ich plündere, dann hast du auch Sammler. Seid doch mal so nett und lass dem Schimmi auch mal was selber rausfinden. Genau. Ja, ja, ja. Ab bei mir, die Erkundung, Mission Holz. Erkundung, Mission. Bei mir war das gerade Bestandteil der Hauptquestreihe. Hier, Hauptmission, Rolle. So, Rolle. Jetzt soll ich hier nämlich, ne? Plünderer, das heißt aber, dass ich Plünderer, das heißt jetzt auch komischerweise Sammler falsch übersetzt. Und da soll ich Schloss knacken, freischalten, genau. So. Geschichte. Da, 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 da. Erledigt. Genau. Fertige, ein Anfänger, Dietrich. Fertige, ein Anfänger, Dietrich, im Werkzeugebereich unterwegs fertigen. Unterwegs. Okay. Das habe ich schon erledigt hier. Fertige, eine Nighthawk Skinny Jeans. Ach, das habe ich ja schon beim letzten Mal schon gemacht, okay. Erlernen, vier beliebige Wurftalente. Jetzt erst mal Anfänger, Dietrich, bauen, okay. Jetzt erst jetzt neu. Jetzt hier, guck mal, jetzt kann ich hier, okay, jetzt kann ich hier bessere Äxte bauen, okay. Spitzhacke Level 3 und Axt Level 3. Perfekt, guck mal. Oder habe ich nicht genug? Doch. Nachtigen. Oder habe ich nicht genug Holz für die Spitzhacke? Na, da müssen wir was mit Holz fällen. Äh, ein Anfänger, Dietrich. Wo wissen der? Anfänger, Dietrich, kann gefertigt werden. Holz und Stein. Da besteht vor mir, da, Nacken, dieser, Hallöchen. So, Dietrich, abgeschlossen. Abgeschlossen, mit der Belohnung. Ach, da krieg ich noch einen Anfänger, Dietrich, okay. Erlernen, vier beliebige Wurftalente. 3 von 4 haben wir schon. Ach, das ist ja wieder hier. Da. Werfen, genau. Wie beliebige 3 haben wir schon. Ein Maschesbad. Nehmen wir das noch. 1.000 Punkt, da haben wir 500 brauchen wir auch, okay. Klick, 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 erledigt und das haben wir auch als erledigt. Perfekt, so, zack. Jetzt habe ich wieder hier ein komisches Bett oder was gekriegt. So, mehr über Stützpunkte erfahren, okay. Okay, habe ich sogar schon was erledigt. Hier kannst du mehr über deinen Stützpunkt erfahren und dein Zuhause schöner und mittelischer vergestalten. Verbessere Stützpunkt auf 3, haben wir schon gemacht. Ernt, die aus dem Samen haben wir auch schon gemacht. Platziere eine hohe Treppe. Habe ich doch auch schon gemacht. Baue deinen Stützpunkt weiter aus und verbessere seine Verteidigung. Platziere eine hohe Treppe, sodass du ein weiteres Stockwerk hinzufügen kannst. Habe ich aber doch schon. Jo, Schnappi, ich muss weg. Wie kann ich denn, Schnappi, hier so ein Dings, äh, Freundschaftsanfrage da lassen. Hat er da schon was gemacht? Ne, äh, wie geht denn das hier? I don't know. Da ist der Post. Keu-Geschenk-Umschlag. The New York, New York, Keus, Gift of. Was ist das von den Admins oder sowas, ne? Okay, okay. Keu-Geschenk-Umschlag, zweimal? Okay. Warum? Okay. Alles einfordern, gelesen, das löschen. Soll ich wieder irgendwas geschenkt bekommen? Wie kann ich denn den Knacken hier an der Freundschaftsanfrage da lassen? If? Ne, I don't know. Oh, Kontakt, gib, zum Suchen. Knacken 71, ne? Wie hieß er? Doch, Knacken 71. Keine Ahnung, wie man den gegen eine Freundschaftsanfrage verschickt. Freund hinzufügen. Ah. Da ist er. Bitte, klem eine Bestätigungskode ein. Mann schustomfreue Geschick. Ich muss weg, ich muss Treppe bauen. Jetzt kann ich hier keine emotes mehr machen, warum nicht? Noch da. wo ist denn wo ist denn hei wo ist denn winken da ist winken so jetzt map außenposten stützpunkt los aber jetzt habe ich schon die nächsten beile freigeschaltet und so komische rollen ok ich hatte das schon bei jimmy floyd im stream gesehen dass man die verschiedene berufe auch leveln kann und hat mich immer gefragt warum mir nichts passiert weil ich ja wie im ira schon bäume gefällt habe jetzt weiß ich warum muss man es freischalten die rollen ok es wird immer mächtiger hier alles deshalb mache ich gerne das tutorial platziere eine hohe treppe aber das habe ich eigentlich auch schon gemacht weil dahinten habe ich ja schon eine zusätzliche treppe stehen ja schon mal abreißen oder was kommen wir umsetzen ersetzen bergen um die bergen ok neue treppe erledigt abgerissen aufgestellt erledigt ok nee doch wohl und ok finde das baumaterial fertige das baumaterial lehnziegel solltest du schutzburg etwas fuhrlicher machen an der bauwerk bank in der stützpunkt zu leben sie befertigen fertige zum überleben bei dem ziel bauwerk bank 3 leben sie will da hinten stein und leben zum glück habe ich genau die doch genau 53 leben zu hause Okay. Zack, zack, zack. Nächstes Kapitel erledigt. Das geht ja schnell. Einsam. Kriegst du eine Couch oder was? Gewebtes Exofer. Nächstes Kapitel. Stützpunkt verbessern. Fertige ein Möbelstück aus dem Baubau... Was? Fertige eine alte Waschmaschine. Fertige eine alte Badewanne. Okay. Wo? Wende die Bauwerkbank im Stützpunkt, um eine alte Waschmaschine und eine alte Badewanne zu fertigen. Das ist die Bauwerkbank. Das ist die Bauwerkbank. Ah hier. Toilette. Tische, Stühle, Möbel. Hier gibt's das. Waschmaschine. Also keine alte Waschmaschine. Gibt's hier eine Suchzeile? Ne. Ne. Nach alter Waschmaschine suchen könnte. Möbel. Möbel. Bauladen. Bauladen. Stahl. Kaufen. Bearbeiten. Möbel. Hä? Möbel. Hä? Hä? Geländerte. Was ist was? Wo waren jetzt die... Wo waren jetzt die... Wo waren jetzt die... Da war doch... Das hat keine Gegenstände zum fertigen. Ja, das lässt mir auch einfach... Ah, Bauanleitung. Ah, Bauanleitung. Möbel. Alte Badewanne. Alte Waschmaschine. Brauche ich drei Stahl für. Und vier Spulen und zwei Platinen. Eins, zwei, drei. Spule. Eins, zwei, drei, vier. Kaufen. Platine. Zwei, ne? Kaufen. 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 Nochmal. Hallöchen. So. Alte Waschmaschine ist erledigt. Da ist alte Badewanne. Auch bauen. Okay. Zack. 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 Ich muss dich jetzt noch platzieren. Verwende die Getränkemaschine. Verwende die Getränkemaschine. Mit deinem Stützpunkt umzusetzen. Verwende sie, um dich mit Wasser zu versorgen. Du erhältst sie in Kapitel 1. Ja, habe ich. Genau. Verwende Getränkemaschine. Hier. Hier habe ich wo? Äh. Das Ding. Ne. Äh. 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 Warte mal. Hab ich die oben hingestellt? Ja, ne. Getränkeautomat. Ist das damit gemeint? Ne. 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 In dem Bereich. Äh. Warte Badewanne. Äh. Tapete. Ne. Wo habe ich das Ding hingestellt? nur dass das waschbecken hinterwaschen genau doch hat gezählt okay getränke maschine ja 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 genau benutzt die alte waschmaschine hat sie bloß die fliegen fernende klamotten können wirklich seine wäsche in dieser alten waschmaschine vertragen benutzt alte waschmaschine muss das mal aufstellen jetzt innenbereich alte waschmaschine wo die so klein wenn man hier daneben innen innen wasch Nimm mal Bad in der alten Badewanne, ja okay, das hat aber noch. Innenbereich, warte, 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 warte. Oh, ich bin groß. Ja, komm. Gebadet wird hier oben. Vielleicht neben dem Bett? Ja. Baden. Schönes Schaumbad, jawohl. Oh, die riesen Badewanne, ey. Ich schätze auch so eine Badewanne, wo man komplett drin sitzen kann und noch mal drei andere Leute reinpassen. Wie lange noch? Fertig? Achso, bewegen. So, jetzt geht's mir wieder gut. Oh, ne? Nee, i. Nein, äh, uh. Körper, jawohl, ich könnte mal wieder trainieren. Ich weiß nicht warum, ich werde immer schwächlicher. Wollen wir trainieren nochmal. Eine Runde trainieren. Zack. Jetzt ist das so gut gemacht. Du musst deinen Körper immer trainieren. Du musst hier einfach so ein bisschen Sport machen. Und eins und zwei und eins und zwei. Jetzt fühlst du energisiert. Ja, viel energisiert. Aber da hat sich jetzt wieder nichts bewegt. Ich war schon mal bis dahin kurz da vor dem Orangen gewesen. Der Körper ist durchschnittlich, aber deine Kondition lässt du wünschen. Ich hab Konditionen doch voll. Bei durchschnittlichem und dünnem Körperbau wirst du beim Training nicht noch dünner. Eine gute Kondition hilft ja in der besten körperlichen Verfassung zu bleiben. Bitte haltet, Training aufreicht. Jo. Durchschnittlicher Körperbau in guter Kondition. Ervorragende Fitness. Energie um 15 erhöht. Mental. Bin ja auch ganz fit. Okay. Hygiene. Haben wir uns gerade gewaschen und Klamotten gewaschen. Ich darf wechseln. Ich könnte ein bisschen was essen, wa? Tu mir das doch mal. Kondition wird der Bierbauch sein. Ja. Lauf, stimmt. Laufband habe ich auch, schnappi jetzt, wo du es sagst. Habe ich doch auch geschenkt bekommen, oder? Nein? Oder ich habe nicht nur Plan dafür gelernt. Tapete, Struktur. Hatte ich nicht auch Laufband oder sowas? Und jetzt habe ich gesehen, bei, 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 bei der Base, ne? So, warte, jetzt haben wir hier. Genau. Fortschritt. A-ha. A-ha. Kondition. Gutespunkt. Gutespunkt verbessern, genau. Waschmaschine, Badewanne. Gutespunkt auf Level 4. Das habe ich vorher schon erledigt gehabt. Gutespunkt schon wieder ein Sofa als Belohnung. keine ahnung was ist das so haben wir das auch erledigt jetzt haben wir abenteuer beginnt gibt begibt dich mit roman auf eine neue reise jetzt muss ich nicht nur schick aus sondern auch der verteidigung wir sollten die gebäude des stützpunktes verbessern fertige baumaterial für möbel baue dann stützpunkt weiter aus verbessert eine verteidigung dem materialien vorbereitet um ihn zu verstärken also stützpunkt fertig an der bauwerkbank einige materialien lehmziegel und rote backsteine materialplatten 0 von 2 lehmziegel 0 von 2 rote backsteine ok lehmziegel habe ich aber kein leben mehr für sparenplatten ach so das sind hier heiße sparenplatten und im questtext heißt es materialplatten davon zwei stück habe ich kein superkleber mehr ok ich zwei superkleber kaufen bauladen zwei superkleber ein stück kräftigen lehmziegel habe ich kein leben macht kann ich auch ein bauladen kaufen und rote backsteine cement ok bauladen und der ist teuer 50 ok und zwei stück kräftigen so ein ganz ein mächtiges tutorial die ganze spielmechaniken drauf hast so fertige baumaterial level 1 strukturverbesserung und einer bauwerkbank fertige baumaterialien um seine strukturen aufzuwerten ach das ist hier unten genau baumaterialien sparenplatten lehmziegel kann gebaut werden ja auf wiedersehen auf zu winken sonst bricht der arm ab timo bianca gute nacht da gibt es im baumaterial level 1 und baumaterial level 2 wo ist der unterschied ach muss ich jetzt schutzbuch 6 haben ok da zack ja wie habe ich doch fertigen geht nicht erfordert ich schutzbuch ich will auch das hier fertigen genau zehn stück nein ich muss eins fertigen eins genau ach so kann man nur zehn das ist direkt material für zehn zwei sparenplatten zwei lebenssiegel zwei backsteine für zehn materialien ok da kann man auch erledigt wer hat ein beliebiges gebäude mit baumaterialien auf unverzichtbar für übel fürs überleben öffne den baumodus wähle aufwertungen tippe auf baumaterial nähere dich der struktur die du aufwerten willst und tippe auf aufwerten bau menü ist n auf aufwerten ok baumaterial ach jetzt kann ich hier böden ah guck dann wird das äh besser ok ok 3 4 5 6 8 9 10 ok wer habe ich nicht ein neues möbelstück fertige einen bestickten retro teppich und eine gips venus statue what was was nichts pflanzen möbel nein geräte dekoration gips venus statue ein lebensziegel bauwerk macht ja leben das heißt ah wo ich zwei leben kaufen muss ich das herstellen wie komme ich denn jetzt wieder da bauwerk gibt's venus statu genau und dann macht euch ja todi dankeschön guter kutzer 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 kut den weg finden genau Wollstoff oder Wolle Bauladen Daumen hoch an die YouTube-Gemeinde bei euch. Dankeschön. Bin noch dabei. Gute Nacht euch. Wie? Toni hat eben gute Nacht an. Ah, das war für Timo. So Fertigungsanleitung, bestickter Kackdreck hier. Ne, das ist alles verwirrend. Teppich, Möbel, Möbel, Dekoration? Nein, das ist nicht Dekoration. Dann ist das Innenbereich. Was ich jetzt schon alles herstellen kann, meine Güte. Und es gibt keine Suchfunktion, dass ich es nach dem Teppich suchen könnte, ne? Möbel? Nein, das ist kein Möbel. Funktion? Nein, Backofen, okay. Dekoration. Da, bestickter Retro-Teppich. Ah. Zwei Wolle. Ja, zwei Stück kaufen. Und Farbe. Ich weiß, man gehört auch ganz schnell quit, wa? So, fertigen. Kapitel 12 abgeschlossen, okay. Okay, fertig. Jetzt gibt es nochmal eine Lampe. So, Kampflevelaufstieg, okay. Okay, okay, jetzt wird es langsam. Du stehst vor einem neuen Kapitel deines Abenteuers. Fertige neue Ausrüstungsgegenstände und Waffen, um deine Kampffähigkeiten zu verbessern und sich vorzubereiten. Nach einem Levelaufstieg kannst du Waffen fertigen und verwenden. Hier so solltest du zunächst die Vorprodukte vorbereiten. Zwei normale Leder, zwei Sperrholzbretter und fünf Kupferlegierungen, okay. Zwei normale Leder. Ja, die waren jetzt wieder wo? Ziele, ja. War das jetzt? Hier, hier war das. Von der anderen Werkbank. Vorprodukte, genau, hier. Kupferlegierung. Ach, du Scheiße. Das gehst du mal vor, aber dann musst du das auch erst kaufen. Holzgewinnung. Ja, genau, genau, genau. Entweder Holzgewinnung oder Handelsposten, aber nö. Das ist dann von anderen Spielern, ne? Diese Währung da habe ich zwar auch. Kann gegen verschiedene Gegenstände und Ausrüstungen angetauscht werden, aber nur tausend. Nö, 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 nö. So, da kommen wir jetzt an den Punkt, wo ich nochmal farmen gehen muss, ne? Kupfererz. Erzgewinnung in der Zentralebene. Eschenzweige, Holzgewinnung in der Zentralebene. Okay. Eschenholz, Holzgewinnung. Jetzt kann ich das, ja, jetzt kann ich das, ja, jetzt habe ich ja genau... Geh mal, jetzt müssen wir leider ein bisschen farmen gehen, Leute. Jetzt müssen wir mal ein bisschen farmen gehen. Warte, kannst du alles hier lassen? Nein, no, no. Warte, habe ich hier Erdbeeren und weiß ich was alles dabei. Hm, habe ich denn hier sonst noch irgendwas da, dass es... Warte mal. Kann ich da oben wieder alles machen? Errungenschaft, was habe ich denn da freigeschaltet? Letzt abgeschlossen. Drei Arten, älterische Möbelstücke. Geschichte. Ach, da habe ich das schon erledigt. Der reiche Schusswaffenass ist was. Okay, habe ich schon erledigt. Rollentalent, haben wir eh genau. Holzgewinnung-Talent, ja, 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 ja. Okay. Zentralebene, da, jetzt besorfen wir uns zu Zentralebene. Zentrale, älter Karte, zutrale, da. Wo kann ich denn schon hin? Da kann ich schon hin. Los. I've made this spot. Jetzt gehen wir mal ein anderes Holz oder gucken, was passiert hier mit den Punkten und so. Talenten oder Rollen, Rollen, Rollenpunkte, ne? Genau. Jetzt haben wir noch Gesundheit haben wir auch. Das brauche ich dann ja auch, für meinen Außenposten weiter hochzuleveln. Nicht Außenposten, mein Lager. Außenpostenlager, Alter, ist das so ein Ding, da? Nein, nein, stopp. Ah, nein, nein, falsche Knuffel. Falsche Knuffel. Komm schon da hin? Soll ich drüber klettern? Nö. Nö. Ah, hier, guck. Da. Questgeber. Aber das schwarz ich mir erstmal alles mit den Questchen, ne? Ja, hier, händlerinnen. Maybe this is what people would call a free lunch. Eine Erkältung, ja, super. Hier, Händlerin. Rufhändler, okay. So, Kind. Okay. Weißen Haus, ah, ja klar. Das Kind, Weißen Haus. So, wo können wir jetzt hier Holz hacken? Holz hacken. Einmal rauslaufen. Äh, und vor allen Dingen die Dinger hier mal alle erkunden, ne? Ich habe den Platz. Ach, da kann ich mir schnell reißen. Hier, wo ich doch gar nicht freigeschaltet habe. Ach, ne, okay, er rennt. Jetzt lass mal gucken, ob ich unterwegs die Bäume hier fälle kann. Sauren Regen, ja super. Gerade erst losgelaufen, kommt saurer Regen. Ach. Jetzt kann ich da nicht rein, doch. Den kann ich nicht, super. Gehe ich jetzt gerade hier Schaden? Oder muss ich in dem grünen Scheiß drin stehen? Ah, Ressourcenwissen. Das ist neu, okay. Bin ich jetzt hier untergestellt? Kriege ich jetzt Schaden? Muss ich in dem Baum jetzt stehen? Wie lange geht der Saure Regen jetzt? Kriege ich hier gerade was ab, oder nicht? Kann man sich unter dem Baum unterstellen? Wo kann ich denn? Er regert alle 10 Sekunden die Gesundheit um 1 und die Rüstung um 20%. Ja, das ist nicht gut. Äh, äh. Okay, es ist der Regen hier vorbei. Halt! Ja, fällt in den Baum. Ja, da nicht. Ja, da nicht, okay. In den Bus kam ich gerade nicht rein. Nein, da habe ich gerade versucht, in den Bus kam ich nicht rein. Tür zu. Eft zum Interagieren, ja. Aha. Ressourcenwissen. Und Echelszweifel, jawohl. Die suche man doch gerade. Jetzt habe ich mir nur nicht gemerkt, wie viele. Ah, Echelszweige. Ressourcenwissen. Okay. Echelszweige, Echelszweige, Echelszweige. Da ist auch eine Esche. Ah, da. Ach, wieder eine Mutti erschossen. Aber die Kinder haben nichts, ne? Doch, auch. Ja, heute, genau. Sack, Ressourcenwissen plus 35. Oh, ihr Leute, das Apokalypse hier. Da muss man auch Tierbabys erschießen. Ich will jetzt ja auch etwas wissen. Ah, auch Ressourcenwissen, okay. Ah, okay. Okay, okay. Hoi. Hoi. Rechtsfertigte Begründung. Ja, ist Apokalypse hier, ne? Hier, da muss gut nur bleibt. Patronenhülsen, Stoffreste. Ah, so ein neues Erz, okay. Das ist Kupfererz, ne? Okay. Baum. Nein. Nicht Baum. Kupfererz, ja. Werkzeug ist zu niedrig. Ach, so, ich konnte mir die Axt eben nicht bauen, weil ich keine Steine mehr hatte, ne? Oder kein Holz oder was? Ähm, oh. Axt, Level 3. Spitzhacke. Immer noch nicht genug Steine. Hier noch nicht genug Steine, okay. Ist man eigentlich irgendwo, wie der Tag abläuft, an einem Zeitschreiber. Äh, hier ist eine Uhrzeit. Auf der Map ist, äh. Hier liegt jetzt schon wie Blutmond, Fledermaus, wöchentliche Belohnung. Selten ist er als Blutmondkristall. Äh, blutmond nicht gefunden, Redmond. Rostregen, Zentralebene. Da bin ich gerade, hä? Genau, sonnig. Rostregen heute zu... Ne, ist das jetzt... Haben wir gerade 12.54 Uhr endgame? Oder ist das, wann hier so ein Event ist? Ansonsten... Hm, weiß ich nicht. Was haben wir jetzt? Wollen wir mal anregen, ja? Ressourcen wissen. Was machst du mit dem Ressourcen wissen? Rolle. Ah, ah. Hier, Holzfälle hat sich schon verbessert. Kann ich aufleveln. Dafür brauche ich das Ressourcen-Level. Ist so... Holzfälle, Bergarbeitersammler, Jäger. Das sind die vier wichtigsten Rufe. Äh, 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 äh. Zug. Was heißt ein Zug? Oh, ich wette, da steht im Englischen Original Train. Wir trainieren. Hahaha. Hört auf Deutsch, haben Sie sowaset mit Zug. Holzfälle-Level erhöht, okay. Jetzt kann ich hier, Holzfälle-Galerie. Nein, das kann ich mit Dekorationen freischalten, okay? Okay. Jetzt im Englischen Original steht da Train für trainieren. Und die Hubsbezug ist deutsch. Andor mag auch Züge, genau. Was soll man denn hier schon wieder? Neutral-Ebene hat auch schon wieder was freigeschaltet, okay? Ich mag Züge. Ich mag trainieren, aber... Kann man auch zu gieren zu sagen. Nicht genug Besuchtheit. Was? Äh, wir machen schon die komischen Pillendinger wieder. Wo sind sie? Da. Nutzen. Gesundheit. Oh, okay. Steigt. Hunger haben wir auch schon wieder. Aber nur gegen gesagt, ne? Am, nom, 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 nom. Genau. Was haben die für ein Unfall gebaut? Boah, ey. Äh, wie sagt man denn sowas? Okay. Deine muss ich mal bestrafen, damit ich, äh... Okay, Eschenholz in blau. Wo ist denn die... Ah, da. Oh, ja. Ja, ja. Ja, da ist noch eins. Tut mir leid. Ja, aber Apokalypse. Muss sein. Da, die Bushaltestelle wollte ich doch haben. I like trains. Ja. I like to train. War bestimmt, der ein Boss, der wieder platziert hat. Äh, ja. Aber wie, 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 wie. Mit welcher Geschwindigkeit muss der da drauf? Und vor allen Dingen über die Leitplanke oder was? Ist da was drin? Komm mal da rein. Komm mal rein. Aber hier ist nichts, ne? Ne, aber wenn es regnet, kann ich mich vielleicht hier unterstellen Aber die kann man nicht zerdengeln oder so, ne Der Spitzhacke Ne, aber hier ist ein Erz Warte mal, da Ja, ich muss immer noch mit der Level 1 draufhauen, bis ich genug Steine hab Stein, Stein, Stein Okay, das sieht doch gut aus Ah, U Nein, nicht U, I Nein, nicht I, O Level 3, Spitzhacke Auf dem Container war was zum Sammeln Was? Welcher Container? Der Truck hier oder wo? Oder welcher Container? Das Symbol sehe ich auch Auf der Minimap, ne Papa Let me check what's in the box Oh, okay This is exactly what I need Ja, exactly Ganz exakt Ja, da musst du mal auf die Minimap im Auge haben, ne Was da für Symbole sind Was steht in dem Viehkopf Persekt, okay Da gibt noch Fleisch Oh, ist ein Staudamm, mach cool Warum hast du die anderen eigentlich nicht mehr? Wir sind da immer noch im Team oder ne Da bin ich das Wort weg von denen So, jetzt kann ich doch hier mal Neues Erz da oben, okay Da ist erz Das ist auch noch was zu sammeln Da steht's doch Box da Ich verfahren Wein und Fleisch, okay Das war's So, jetzt Ich hab doch ne Level 3 Spitzhacke, hä? Komm doch ne Level Neu Spitzhacke, ja Ausrüsten Achso Ah, okay Ich hab die ganze Auf die andere Kann ich die irgendwelche wegwerfen Okay Wasser und Südauer Ja Aha Jetzt da Aha Ah, jetzt kommen noch Kupfererz da raus Malachit Kupfererz Okay, ah Aha, aha, aha Ich hab's echt Zweig, jawohl Jetzt gibt's auch Ja, ist halt auch Bestandteil des Games Wie, ne Farm und Grinden Hier hat Bergarbeiter auch geskillt, okay Zug Und nochmal Zug Steinmetzbauplan, okay Warmer, orangefarbener Schrank Cool Ja, auch schon wieder was Okay, auch schon wieder was Ah Erkundungsladen, okay Oder später Ach, steht da die Uhrzeit Da steht die Uhrzeit, wa Ach, was ist die echte Uhrzeit Ach so, drei Das ist die echte Uhrzeit, okay Die real Uhrzeit Wie heißt ich in dem Chemie Jetzt habe ich die Idee Ich wünsche dir viel Spaß Und ich hätte viel Freude über Zuschauen Danke, Toni Dir einen schönen Sonntag Jetzt bin ich Redwood-Wald Okay, ne, da will ich ja nicht hin Einen schönen Sonntag Vielleicht bis morgen Oh, blablabla Gucken wir mal Da, guck mal Das Zeug hier, okay Riehlein, okay Es wird dunkel Achtung vor den Zombies, okay Oh, oh, oh Festgepackt Okay, doch nicht Beam ich mich denn jetzt noch aus So lange Nacht ist Ich kann mich hier wieder Automatisch nach hier beamen lassen, ne Gucken wir, ob der Esche jetzt hier anfangen kann Muss wohl auf dem selben Server sein Ja 1-0-0-1 Blockade Und auf 1-0-0-3 Ist das Stück 13 bist Dann geht das leider nicht Kupfererz, Kupfererz Okay Ja, ja, ja Ich beam mich jetzt nach Hause Alles gut Deine Erkältung Ja, ja, ja Muss ich irgendwelche Zornbiss kommen Mal schnell nach Hause beamen Mal den Wechsel Du kannst auf jedem Server separat spielen Es gibt ja vier Server Du kannst quasi vier Charaktere Quasi erstellen Wenn du so willst Aber jetzt mit dem, was du schon gespielt hast Wechseln geht's nicht So, pass auf, ich will hier weiter Ich will hier, äh, Stützpunkt Da brauche ich was Eins und Leder Erhaltswerkbank wegfinden Also ich müsste nicht, dass man wechseln kann Aber man kann halt, wenn man das Spiel startet Auf allen vier Servern spielen Also auf jedem Server quasi einen separaten neuen Charakter erstellen Kupferlegierung Hier wohnt auch kein Echtzweig Hä? Habe ich doch gerade Ach nee, muss ich das erst hier Ich muss das erst raffinieren, ne? Oder wie hieß das? Äh, hier verbessern, ne? Hochschlafwerkbank, genau Hier muss ich erst, ne? Echtzweig, genau Dann das Kupfererz Keine Ahnung, was das ist Das Holz auch, ne? Und das Prärieleinsamen auch Ich muss immer auf die Punkte achten, ne? Nicht, dass ich jetzt das Gammelzeug hier verbessere Das hat dann keine Punkte mehr Komm, alles hinzufügen Wedel So So, jetzt muss ich so ein Lederding bauen, ne? Bergbank Ah, Kupfer, jetzt habe ich auch Zeug Fünf Stück brauchte ich davon, ne? Kupferlegierung, fertige Brauchte ich Sperrholzbretter? Ach so, da kommen dann Ne Kommt nur eins raus Sperrholzbretter, okay Äschen, zwei kleine Tierhaut Äschenholz, Tiersehne Wieso brauche ich für ein Sperrholzbrett Tiersehnen? Normales Leder Da fehlt mir jetzt Prärieleinfaser, okay Leinen sammeln Habe ich doch eben Nicht genug rausgekriegt Ne, wenn man das Spiel startet Hast du ja dieses Dropdown-Menü Für den Server auszuwählen Und zwar, ich weiß, kann man glaube ich Auf jedem Server separat Einen Charakter spielen So, das komische Leder hier Normales Leder Normales Leder Und Leinenflannel Steht auf, aber nett, wie man da ist Normales Leder Ach so, da fehlte mir jetzt Prärieleinfaser Gut, da muss ich nochmal los, wa? Oh ja, ich kann euch Gezeug aufmachen hier Warte mal Prärieleinfaser Fertigung von taktischer sonstiger Ausrüstung Die kann man nicht anpflanzen oder sowas, ne? Echenzweig Seedronenrinder Kupferlegierung Roschmeerholzbrett Echenholz Was ist das? Thermoplastikbeschichtung Material für die Schmerz Modifizierung von Ausrüstung Level 2 Benutzen Ah, hier Kann ich die Bestimmung verbessern 20 von 5 Okay 15 von 5 Originalwerte ersetzen Modifizierung hat eine Rasenkombination höherer Wertungen hervorgebracht Willst du weiter modifizieren? Alarm? Originalwerte Neue Wert Ein Wert könnte für die Veredelung dieser Ausrüstung gesperrt werden Achso Das soll sich nicht ändern Ach, dann brauche ich aber hier Nanocrystal-Kennführer Ist das so ein Reroll auf die Werte oder was? Der Ertrag wird erst dann ersetzt, wenn der Wert geändert wurde Okay, dann ersetzt das das da oder was? Warte noch Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe Modifizieren, das habe ich kein Ich habe keine Ahnung, was ich gerade ausmüssen möchte ich schon wieder anstelle hier Was ist das? Rekombinierungsmittel überschreit natürliche menschliche Fähigkeit durch gegen Rekombination Benutzen Levelanforderung nicht erfüllt, kann nicht benutzt werden Erforderliches Level 70, okay Zement Bauplan lernen Bauplan lernen Bauplan lernen Bauplan Orange war eine Vorhänge, okay Antike Pferdebüste aus Bronze Gelze, Aloe, Domate Achso, hier öffnen Genau Alle Du hast schon richtig Gut, jetzt ist so ein Reroll der Werte Fünfmal modifizieren War nicht so gut Habe ich glaube ich auch gerade 1001 Blockade, genau Red Jetzt habe ich glaube ich bin von den selben Gegenstand geändert Ne Olaf Ja Es sind alle Materialien auch, die in deinen Schränken beim Craften Ja Das ist das Schöne Du packst es einfach in die Schränke Und es ist egal wo es ist Auch wenn ich hier diese Aufwertungsdinger für die Rüstung oder was weg packe Ich kann Rüstungen auf Er holst das Zeug von überall Er holst das Zeug von überall Ne Hier, wenn jetzt hier 6562 Holz steht Ist das überall irgendwo mein Schränk Ich habe hier noch keine Ordnung Ich habe gerade Ne Messi Alles Rinder Du weißt die andere nicht mehr Weil die offline sind Achso Lol Kann ich mitbekommen Ähm Äh Darf ich aber schon gucken Die Dinger hier ist wieder wofür Was ist mein Bauplan benutzen Ach ja Hier guck mal Kann ich ja das Zeug noch verbessern Genau Immer alles ausgeben was man hat Hier jetzt nix groß zu sagen Bla 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 Es gab bla 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 Genau So haben wir hier noch Das ist auch neu Wachstumszentrum für Nanokristalle Fixierung eines erstklassigen Ausrüstungswertes Ja 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 Das hätte ich da Ich muss sperren können Der nicht bearbeitet werden soll Äh Pilze Bla 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 Da sind noch die Schatzkarte Was ist das hier Ebene Material Paket Achso da kriege ich Zeug Okay Öffnen Alle Danke da habe ich doch prärileinsamen und kupfer und eche und so kram ok 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 muss ich vielleicht nicht noch mal neu fahren gehen kooperationspaket gewährt eine chance auf ein bisschen silbertalent legierungsverstärkungsbeschichtungen ok aber eben das zusammen was gemacht haben kooperation 50 talentpunkte ok da haben wir kostbare zutatenpaket garantiert kürbisse tomaten ei und mehl oder ist das mehl ok tomaten blablabla okay das ist verbandszeug hier kriege ich auch wieder holz und noch eine staatskarte scoop loser fahrer die warte war das gleiche schatzkarte das ist 999 ok neues outfit nighthawk aussehen habe ich gerade ausseher und einfacher dietrich der mit rudimentären mittel von einem plünderer ein hergestellt wurde damit können viele türen geöffnet werden gibt es noch mal gold also es ist nur am klicken die ganze zeit nur am klicken jetzt habe ich siebzehn mal noch aber auch ausrüstung ist okay öffnen alle jetzt kann ich wieder etwas aufwerten haben wir jetzt kürbis diese kürbis riecht absolut verlockend 6 mp 0 kassim gesundheit verringert hunger mehl kochen alles jemals 2009 schon wieder in der tasche 1000 stein die aufwertungsdinger hier damit können wir wieder aufrüsten kann man nicht aus aufrüsten jacke besser zu verstärkungen level 3 ok da ist noch level zwei das wirklich verbessert ok mit 32 32 kleidung hat oder haben wir dieses komisches zertag mit service habe ich kann immer hier eine beanie dann hat das irgendwas 0 oberteil was doch cool aus oder macht das wirklich ein unterschied zu anzeigen aber ist klar ja ich nehme verschiedene presets machen unterteilen das ist nur kosmetisch ne was ist da was der roter punkt dran so schule hier ja gut und handschuh und finger frei das ist kein oberteil eingeblendet kann auch keins auswählen ok helfen ist auch schon wieder etwas erledigt auch ich auch nicht weil ich in einer aufgabe war gab es auch gibt es auch bessere lage mit mehr platz wahrscheinlich später ja 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 größere schränke ja ja titel oben was heißt das schon wieder abgeschlossen schließe abschnitt zwei von linie halten ab stiller holzfäller stilles holzfäller wieder belohnung sammeln belohnung sammeln belohnung sammeln ich kenne hier eine merkbar wohnende tippel funktion backhof in bereich was kategorie war dann jetzt was komode ist die stoilette marmorspüle stu bla 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 wo war da die kiste und meine dach möbel premium kühlschrank ist das futuristische skulptur ok zu zerlegen habe ich schon gebaut hier 20 slots kühlschrank einst viele verschiedene getränke enthielt da muss ich halt hier zeug haben was ich weiß wo es ist schrauben und sparenplatten einfaches bücherregal 20 slot bücherregal auch keine ahnung wo es schrauben gibt bei cooper eigenartige holzkiste ein paar verstaubte regalfächer den andenken an vergangene zeiten stehen was habe ich dann gebaut bisher das hier ne kunden sofa hier einfacher kieferhalsschrank 14 slot genau einfacher schrank 18 slot du kannst dir so viel zeug bauen schrank set 18 slot hier laufband brauchst du auch die kopfschrauben für gut wenn man die nur kaufen kann fernsehgestell kapaziert von 22 slot was auf dass du nicht zu viel vor der glotze sitzt 20 slot aber die brauchst du zwei stahlwaren für bücherregal 20 slot tränkekühlschrank 20 slot ja 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 marmorschmühle walnussholz toiletten was walnussholz toiletten tisch kaum noch walnussbäume also ist es gar nicht einfach ein so exquisiten toiletten tisch herzustellen ok was brauchst du dafür viermal glas viermal roter backstein doppeltüriger premium kühlschrank 22 slots ok ja also man kann auch durchaus andere lager dinger bauen erschreck dich nicht wie geschreckt dich nicht ist wieder bei mir der base so ich muss auch schon wieder pipi machen wir haben leute wir haben viertel vor vier ich hab voll bock weiter zu spielen es gibt morgen wieder ärger von der frau dieses mal pipi machen da kommt man gleich mal weiter ich muss noch ein normales leder fertig entspricht dafür muss ich schon mal farmen gehen naja ich weiß du wirst bei mir gelungen hast du irgendwo rum ne oh hi uuuh hallöchen popöchen ist am tanzen wie kann ich denn jetzt hier wie emotes machen ach da i like it wow ein kleines bisschen noch ja urlaub bisschen machen aber jetzt habe ich schon wieder eine neue äh ebene des spiels freigeschaltet mit den berufsdingern da ne ja doppel hat herz viel er geht aktuell ok ja aber auf damit was muss ich hier eine gitarre wo ist die gitarre her oh nein nein nicht sterben ne 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 nicht beim anblick von neti bella ne 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 ich wollte nicht auslachen ich will über sie lachen nicht äh sie auslachen ja da geht es mir mit jemand anderem ok wow ne 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 freundschaft freundschatt zwischen die an etimus 300 erreichen nach der scheiße ja dann kuss ich muss pipi ich komme corrected aufиру … Aufhalt, schlau, 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 schlau Untertitelung des ZDF, 2020 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 so war das denn jetzt was ich sammeln will da die faser prürileinsamen ok leinen faser wo war das ärzt denn jetzt dahinten was zu essen wo ist was zu essen wo haben wir denn hier so selbst hier ah ne jetzt war er da er hat einfach weiter ok jetzt muss ich nur drehen das schießt automatisch gubbel gubbel hier gut an der hall hört ihr das jetzt wäre ich hier in einem tal oder was was hab ich jetzt was hat sich doch aufgeladen ich hab kurz blau geleuchtet oh chicken dance hier soll ein stehen wo denn das was zu essen ja 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 wenn wir jetzt ist das handy version über pc auto schießen über pc noch nie gesehen einstellungen plus waffen an visieren und schießen automatisches schießen automatisch schießen einen abstand begrenzt die modus genauigkeit was mache zu ich muss dann selber klicken sobald das unter mauszeiger ist ist automatisch das ist pc version dieses spiel gibt es für pc über steam dann haben wir einen eigenen launcher und dann gibt es das auch für ios und für android und dann legt man sich halt so ein account bei denen an und es funktioniert wunderbar dass man über den einen selber account sucht dass denselben spielstand auf pc und auf handy spielen kann das heißt können sich das ausmachen und dann gemütlich ins bett legen beim handy und da hat der stelle weiterspielen dann da wieder ausloggen und die am pc starten und an der selben stelle weiterspielen ob es mit dem autoschießen auch auf handy gibt weiß ich nicht autoschießen kann ich sonst nur die version daher die frage ja ich weiß nicht ob das auf beiden plattformen auf allen plattformen gleichzeitig rausgekommen ist damals oder ob es erst die handy version gab und dann die portierung auf pc kann ich nicht sagen aber weil es das spiel hat auch für handy gibt oder für mobilgeräte ich glaube auf dem tablet macht das mehr sind auch wenn man muss das viel zu klein alles hier laufen weg meine meine leihen wo steht jetzt hier steht und schon noch der leihen na ja 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 du mir auch und am handy ist es oder auch vorlagen weil er hat mich jetzt zwei daumen am steuern bis dann noch knopf drücken zu schießen auf jeden fall cool das geht gerade beim aiming nicht so gut ja genau ich bin auch beim aiming nicht so gut und möglich nur wenn der gegner unter dem punkt ist dann schießt du auch automatisch oder mann schätze oder sowas ist schon nicht verkehrt frage ist halt hatte ganz zu viel miss dabei oder schießt zu lange oder was hat man sich jetzt schöner gefunden ach ich bin doch mal bosse oder was was hat sie jetzt was war das ich will hier die kiste hier stein und fleisch ok ich suche noch grüne blätter das grünes blatt jetzt kriege ich doch noch ressourcen gewinnen ach so ressourcen wissen für dinge war eben erschöpft für rolle holzfäller sammler leuchte freischalten freischalten hunter ist schon bei hunter nichts freigeschaltet 160 von 240 das mit grünes solches schon wieder hunger alter nur am fressen das kopiert weitere punkte was benutzen wofür also auch Was ist denn wieder resettet? Drei Magazin reingeballert und der resettet. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ein Wunderheit, okay. Ich darf frisste Patronenhülsen. Hat sich das nicht gelohnt, okay. Ich dachte, er hat was Tolles. Hat doch nicht. Es ist mir dunkel. Achtung vor die Zombies. Jo, warte mal. Warte mal, wir werden doch schnell weg. Und den. Krieg ich jetzt Jagdpunkte hier noch, oder was? Jagd, äh, ja. 35. Jünger, was ist der genommen? Mit Energy. Oh, oh, jetzt wird's lacht. Jetzt kommt der stärkere Zombies. Schnell, Karte, Außenposten, los. Mob geht ab. Zäpfchen, ja, ja. Mit dem Ansturm. Ja, kein Gönnergy, der hat hier, äh, aus dem Rewe, das Billigzeug. A la Tableteflasche. Kostet noch weniger als ein Gönnergy. Ja, genau so. Schön mit Bier gemischt, noch besser. So, jetzt muss ich normales Leder herstellen. Gucken wir mal, ob wir da jetzt genug Zeug viel haben. Äh, Brärilein. Ich hab doch... Aufräumen. Hä? Was ist denn, was soll ich jetzt hin, wenn ich gesammelt hab? Brärileinsamen. Handwerks-Tisch. Müll. Hä? Brärilein-Fasern. Leinen sammeln. Ja, hab ich doch grad die ganze Zeit. Aber ich hab nichts davon gefunden, ne? Auch hier. Ach, das ist ja wieder, ja, ich muss das erst wieder hier machen, ne? Rohstoffwerkbank, genau. Das hab ich nicht ganz verstanden, das System. Veredelung von Rohstoffen. Rohmaterialien werden im Zutatenrucksack aufbewahrt und können nicht für die Fertigung verwendet werden. Dann veredle sie an der Werkbank in Handwerksmaterialien. Täglich können 400 normale Rohmaterialien der Seltenheit ungewöhnlich veredelt werden. Täglich können 200 fortgeschrittene Rohmaterialien der Seltenheit selten veredelt werden. Das Schmiermittel kann nur einmal pro Tag verwendet werden, um die Lebensdauer der Werkbank zu verlängern und die Anzahl der veredelten ungewöhnlichen normalen Rohmaterialien um 200 zu erhöhen. Das Schmiermittel kann nur einmal pro Tag verwendet werden, um die Lebensdauer der Werkbank zu verlängern und die Veredelungschance für seltene fortgeschrittene Rohmaterialien um 100 zu erhöhen. Hab ich auch nicht verstanden. Täglich in 4 Uhr werden neue Veredelungsversuche ausgegeben, blablabla. Ja. Also ich muss das erst sammeln, hier. Krereleinfasern und dann muss ich den auch veredeln. Dann ist da das rote Symbol nicht mehr dran richtig. Ich hatte das jetzt automatisch gerade in die Werkbank gepackt. Äh, ins Lager gepackt. Ja, ne? Weil ich Lager angekreuzt habe. Ja, das ist ja geil. Guck mal. Du kannst doch alle Schränke als einen anzeigen lassen. Entweder hier einzelne Schranke oder alle zusammen. Das ist ja cool. Genau. Ne, das ist gemeine Leinfasern. Weiße Leinfaser. Ja, jetzt kann ich hier auch. Äh, Brie. Suche nach name. Nein. Gibt namens Gegenstandes ein. Gibt namens Gegenstandes ein. Brie. Suche. Okay. Hat nicht funktioniert. Du wirst bei mir nicht angezeigt. Ich bin immer gerade auf den Server. Dann Ressourcen. Wissen zählt für alle gleichzeitig. Ach so. Ich hab gesagt, dass wir Holz hacken, wer für Holz hacken. Steine hacken, wer für Steine hacken. Man kann die Steine hacken und dann meinen Holzfiller mit verbessern. Auch nichts verstanden. Ich bin aber auch hier, um mich von Schimmi unterhalten zu lassen. Sehr schön, Alexander. Äh. Da gibt's noch Filter setzen. Ressourcen. Genau. Weiße Leinsamen. Prärielein. Nein, Prärielein. Nein, Prärielein. Fasern suche ich ja. Wo hatten wir die jetzt hingepackt? Oh. Nein, 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 nein. Die sind ja nicht mehr drin. ob die jetzt verarbeitet sind oder nicht muss auf einer rohstoffwerkbank verarbeitet werden bevor die fertigung verwendet werden kann wie kann ich denn hier verarbeitet nicht okay dann jetzt sind sie hier aber nicht drin weil sie schon verarbeitet sind hier habe ich die dann auch nicht die sind jetzt hier okay okay also hier sind die unverarbeiteten drin deshalb haben die das rote symbol dann auch die werden hier gar nicht aufgeführt und wenn die hier sind sind sie schon verarbeitet okay so und jetzt hätte ich bitte gerne zwei leder genau perfekt ja ich bin ja auch immer noch am lernen ich würde auch haben lernen das spiel ist ziemlich mächtig zu sein rolle wieso ist dann hier ein roter punkt dran olaf ach so weil ich ich habe ich auch 300 von 290 aber da ist kein roter punkt dran 300 von 330 3g sein das ist also zusammen die ip für alles okay und warum ist da ein roter punkt da empfiehlt er mir das mit dem aufstieg oder was 300 von 240 aber hier vorne könnte ich ja auch theoretisch 300 von 290 wenn ich das jetzt hier mache also die punkte weg warum ist da normalerweise macht mir doch daran rot braucht jedes punkte auch weg okay wer will ich denn mehr holz kriegen oder mehr beim handen mehr holz so genau 10 von 330 ist das freigeschaltet einfach gemode ich nehme die habe ich auch vorher freigeschaltet 18 slots kann ich wieder den freischalten einfaches regal 20 slot ok was brauche ich dafür einfaches material für die fertigung erhalt kauf bei cooper ausrüstungsladen ok und jetzt sind hier die punkte auch weg ja ok ok also man sammelt für alle ressourcen gleichzeitig also muss ich mir das überlegen und hier ist ja auch noch koch angler sammler revolverheld ist verschlossen tutorial mission noch nicht abgeschlossen oder kommt noch mehr asphalt cowboy und truppertur mission nicht abgeschlossen tutorial mission nicht abgeschlossen ok das ist doch gute lacht netti gute lacht gute lacht genau zitralebene weil ich da eben war erkundungsladen da will ich nichts kaufen warum ist das wie rot mach das weg ich will nichts kaufen rucksack vergrößerung die erhebliche zeit um eins weiß ich habe ein rucksack von 96 da ist plus eins mal gar nichts ein sammeln ok gibt es auch schon wieder irgendwas das ist der rote punkte ok geschichte hat mich schon wieder gelernt abenteuer leitfaden naja was das herstellen sollte kapitel kampf aufstieg da gebaut genau zack hätte ich eine hauptwaffe level 30 aus vor produkten fertige an der werkbank und das schutzpunkt neue hauptwaffe um im kampf vorteil zu sein aber ich habe doch schon eine level 30 waffe oder war ich zu schnell nie gar nicht level 20 waffe ist das ok jetzt soll ich eine level 30 waffe bauen hier ne waffe fertigen aber bauen wir uns warte mal level 30 level 30 level 30 vielleicht habe ich das garsturm gewehr das ist dann besser als meint das garsturm gewehr basisschaden 138 was macht meine gerade habe ich auch eine skane 108 ok da bauen wir uns ein neues gar oder ein sturm gewehr oder an ak maschinenpistole schrotflinte beeres maschinengewehr wort naht wer vor jutsches b39 gewehr eine schwere waffe die ausschließlich für sanität auf dem schlachtwerk bestimmt ist bietet nicht nur kontinuierliche starke feuer unterstützung sondern nutzt auch biochemische technologie um verletzte überlebende zu heilen heilwirkung hängt vom basisschaden polierniveau und schadensstärke des biotischen gewehrs des charakters ab schwere waffenverbrauch und taktische ausrüstung ja genau ist ja da wo ich ihm sagte auch dass wir auf kanadenwerfen für das heiligen hinzustellen aber da muss ich mir erst mal mit den rollen aus ich kann ja auch tank und dd und hier kannst ja schweres b92 scharfschützengewehr sh 95 waffen schild exklusive schwere waffen für schwere wachen die in der lage ist mit ihrem eingebauten schild frontale kugel abzublocken haltbarkeit des schildes regeneriert sich kontinuierlich wenn es weggepackt oder vollständig zerstört ist sturmgewehr schlafsschützengewehr für sie für schlafschützen granatwerfer exklusiv für sprengstoff experten schweres maschinengewehr exklusive mitgliederte spezialeinheiten ich kann ja hier auch da habe ich auch noch so weit bist du ja auch da ich kann mir ja irgendwo so eine rolle aussuchen nicht rolle beruf 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 hier artiller ist sprengstoff spezialist sanitäter die hat dann diese wo ich gerade sagte bio blau irgendwas scharfschütze und starker wächter sind bekannt für die starke team überleben die stützung die sie bieten die exklusive schwere waffe das sh 95 waffen schild und ihre taktischen schilder können ankommende kugeln abblocken feindliches feuer anziehen ihre fähigkeit tragbarer unterschlupf bietet verbündeten zu dem erheblichen schutz für eine bessere überlebensfähigkeit scharfschütze ist auf fernschaden informationsbeschaffung auf dem schlachtfeld spezialisiert seine exklusive schwere war von m 82 und nach dem aufladen hohe einzeln schaden verursachen seine seine fokus fähigkeit der jagdinstinkt ermöglicht es ihm alle feinheiten des schlachtfeldes zu verstehen und dieses wissen ermöglicht es ihm taktische autos zu nutzen und seinen gegner auszumanövrieren seine täter übernehmen die rolle der heilung und erhalte in einem team ihre exklusive waffe b39 biotisches gewehr und ihre verbessertes und ihr verbessertes heilgerät bieten heilung und überlebensfähigkeit für sich selbst und ihre teammitglieder sie können auch ihre fokus fähigkeit h2 hormoneller effekt einsetzen um teammitglieder vor dem rand des todes zu retten sprengstoff spezialisten konzentrieren sich hauptsächlich auf flächenschalen ihre exklusive waffe das m 32 granatwerfer der m 32 granatwerfer die fokus fähigkeit raketen rucksack und verbesserte splittergranaten können verheerende flächenangriffe auf gegnerische gruppen verursachen und ja und dann halt hier artillerist sind auf ausgewogenen schaden kombination mit guter nachhaltigkeit spezialisiert sie führen das exklusive schwerer maschinengewehr m134 das zusammen mit ihren fokus gilt elektromagnetische aktivierung und automatischer geschützt um kurze schadensspitzen auto überlebensfähigkeit der menschen weiß ich nicht danke dir was ich denke zu dir passt normalerweise habe ich immer gern sowas hier also in mmos oder sowas hier world of warcraft und was ich alles gespielt habe da habe ich eigentlich in der regel entweder tank oder ein heiler gespielt und das sieht ja so nach tank aus so geschildert und so vertragen entweder paladin oder krieger oder druide gut hier gibt es kein druiden aber da warte ich mal bis hier ich muss jetzt hier klasse auswählen fokus fähigkeit das sieht dann halt so die gegner auf sich na talente woher ich will das alles nur schließen am fort während du den schild hoch hältst wird jeder erhaltener angriff in schadensstärke umgewandelt wenn du den schild zustand verlässt dies hält sich sekunden an bis zu fünfmal stapelbar dornenschild schildschlag verbesserte körperlichkeit klingenhaltung ach du scheiße die später leute da will ich mich jetzt noch gar nicht für entscheiden ich baue 30 gar gut ist dafür ist halt jeder der schwere waffenslot dann noch da da muss ich halt vorher für die rolle für den beruf entscheiden dk ddd fand ich auch geil heilig die k ich habe sogar die k habe ich auch auf blut aber ich habe immer alles auf tank gespielt ich habe ein paar tank gehabt krieger tanken dudu tanken dk tank ich habe nachher die die heiler haben nachher geheult ich habe einen blut dicker gespielt die hatten nichts zu heilen genauso wie mit dem ddu deshalb ich bin so der der mehr so der tank so nicht so viel damit machen aber dafür lange überleben und spezielle skills zum überleben haben aber jetzt machen wir erstmal warum aus dem level 30 war für mich ich brauche dies gar 30 oder sturmgewehr ich weiß es nicht ist gar ist bisher gar performt ganz cool das sturmgewehr macht weniger schaden 667 schuss der hat 653 schuss magazin für kleineres magazin und eine geringere feuerrate oder warum eine ak-px-maschinenpistole 790 schuss die minute ok über zehn schuss pro sekunde morgen morgen habe ich nicht gespielt nein verteidigt wegen begleiter nice die konnte ich nicht mit der ich habe gutes equipment gehabt trotzdem nie damit ich gemacht oder die schrotflinte die benutze ich ja nie benutze ich immer nur so skr hk 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 oder mpx ich stelle die jetzt wieder zur skr ich fand die ganz cool bisher die ich habe ich habe die level 20 aber schon jetzt level 30 ja zwei eiselegerungen fehlen noch zwei stück brauche ich fertige wach so jetzt können wir uns das baulier fertige übernimmt automatisch dann die ganzen werte es gibt nur basische das habe ich doch die mpx gebaut macht hat weniger schaden pro schuss aber höhere feuerrate die zusätzliche wertung schaden gegen menschen plus 2,7 kopfrüstung panzer auch scheiße kaum egal die geschlafen wird ja mit gebunden werden ok zack wertung steigt das heißt die ist besser wenn ich überleben werde ich wohl munitionskiste das ist keine muni aufräumen das ding da oder trägt das was neues 1100 schuss ok habe ich denn jetzt auch den aufsatz jetzt habe ich jetzt das rotpunkt visier nicht drauf ok 60 schussmagazin doch jetzt die auto doch hat automatisch übernommen es war das rotpunkt ach so jetzt das rotpunkt drauf ok ja besser ok ton ist geil gibt es noch mal auf die waffe oder die im baumenü mehr basischaden 86 die ja basischaden hier ist der direkte vergleich basischaden ist niedriger aber durch die höhere feuerrate konzentriert auf feuerkraft level 1 erhöht bei jedem treffer fünf sekunden lang deine ware kritische treffer schon zu 10 prozent ok schusswaffentalent wie schusswaffentalenten schauen aber zu gehen der basischaden ist halt niedriger ist das heißt ich werde jetzt mehr mehr muni verbrauchen warum steht denn da feuerrate grüner pfeil nach oben stimmt doch gar nicht ich habe die ja auch schon plus 21 verbessert wie bei der waffe ich habe irgendwie über alles reingeballert und schreibballer konnte ich habe aber schon noch plus 21 mit diesen dingern hier glasfaser verstärkungsbeschichtung genau so pass auf jetzt müssen wir erstmal wieder hier gucken erledigt gibt wieder seltenes metall ok das mit dem access war aber schon erledigt in der vergangenheit erlerne eine ein rolltalent mein werkzeug mit hörer ja die haben uns vorher gesagt ich soll was soll das lernen ok fertige ein sammelwerk zu schütteln fertig achs level zwei fertige spitze level zwei ich habe schon level 3 egal ich soll es bauen dann bauen wir das gut wenn ich habe zwei bauen soll dann baue ich halt level 2 ich habe zwar schon level 3 was soll es das ist halt wenn man immer zu schnell spielt und nicht das tutorial macht ne man muss schneller als das tutorial immer spielt deshalb mache ich immer gerne aber das tutorial ist ja total mächtig hier so aber dann wieder eine belohnung 50 gutscheine wofür immer und hier das gibt es auch als belohnung wieder so surfbrett ding habe ich doch schon eins und neue neue region begibt sich in die zentrale ebene und bricht in ein neues abenteuer auf ich komme doch gerade ich wusste doch gerade in der zentrale ebene schon sachen beschaffen um das hier zu schaffen gibt dich in die zentrale ebene und bricht zu einer neuen armteuer sammle neue ressourcen in die zentrale ebene bau kupfererz ab fünf fälle holz und echenäste um echenäste zu erhalten sammle prärie leinsamen das musste ich gerade schon machen leute damit ich hier das material krieg um die aufgaben zu erledigen dann ist ja jetzt wieder total aber ich will mal hier gucken ob ich jetzt genug zeug habe um mein wager zu verbessern damit ich war ich bin gerade auf level 59 gefangen weil ich erst stützpunkt erweitern muss aber wenn ich das jetzt wieder mache kommt gleich die aufgabe erweitert ein stützpunkt dort ist gestern verunvollendete quest die in 324.000 reserve umgewandelt wurde wenn der spieler wie sammelt werden die reserve ep 1 zu 1 missions ep umgewandelt danke bei der dritte quest wirst du um die klasse wählen vielleicht gar nicht drumherum kommen wertige schwere waffe habe ich gar nicht geguckt jetzt nein da ist auch schon etwas fertig tag 6 rüstet sich mit vier ausrüsten stücken wir haben jetzt tag 6 genau schon lange oder öffne 15 welt erkundungsschatz drohen auch schon gemacht okay ja ich könnte jetzt hier gucken was ich hier noch alles machen muss aus tag 1 ich weiß nicht wie lange das sich noch anhält noch sieben tage dann muss ich ja oder da sollte ich die ganzen aufgaben hier noch ist nur noch die eine aufgabe ok 2 so noch ein paar aufgaben mehr schließe eine drei stände festung auf mich ruhig ganz normal ab wie sie den zweiten tag der haupt haupt handlung wir sind durchbruchende verteidigung 15 abschnitte ab 3 von 15 oder 2 zweimal in der luftfahrt basis erreiche alle aufwertungen an den körper level 6 habe ich zwei von sieben ok lager beitreten ja und so gucken wir selber eins gründen erreichen eine beliebige lagerfähigkeit level 5 das ist eine beliebige lagerfähigkeit 1 das ist eine beliebige lagerfähigkeit 5 mal letzter wunsch dreimal lande lande versuch wäre ein kampf beruf und erhalte die entsprechende schwere waffe jetzt ist für tag 4 vorgesehen ich bin grad bei tag 7 er hätte 4 ausrüstungsslots auf level 12 auf erreicher aus wenn er level 5 erreicher im unterstupf der raven zumindest einruf von freundlich ja ist noch gar viel zu tun alter habe ich jetzt hier alles ne da habe ich wieder gar nichts davon kann ich das verfolgen kann ich nicht verfolgen ne normales leder erhalten werkbank weg finden normales leder mein flanell kupferlegierung der holzbrett geht das jetzt weg wenn ich hier an die werkbank gehe ich befürchte es hier sehne jagd zentrale lebende ok pass auf baukupfer erz ab holz die leidsam und hier steht ich brauche sehne ok einmal da einmal weltkarte einmal zentrale ich habe bisher nur die nach den highway punkte das sollte ich auch mal gucken dass ich die anderen punkte hier alle freischalte kann ich mich immer dahin beamen wir beamen uns dahin ich habe den spot also game spieltechnisch äh oder hier äh ne bietet das game schon einiges dabei ist immer noch nicht ein multiplayer hier mit 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 lager und mit gemeinsamen abenteuer die man hier noch machen kann bin übrigens das zuschauer auch dafür dass ihr eure eigenes team ist doch klarer gründet ja 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 aber da habe ich schon hinweis bekommen dass das nicht ganz ohne ist dass man da halt jeden tag punkte erspielen muss für quasi so eine art miete zu bezahlen das war da wirklich jeder oder mindestens zehn leute jeden tag ungefähr halbe stelle spielen müssen um so punkte zu erfahren für das lager erst da habe ich schon erhalten ok und ob ich das schaffe jeden tag weißt du hast du auch schon so tief punkte drei tage und ob ich mich dann das ist für mich so ein bisschen in anführungszeichen ins gemachte nest setzen will was ich meine die haben das schon was aufgebaut erst muss ich mich das tutorial kämpfen der bestandteil wenn ich das eben richtig gesagt bestandteil des tutorials ist ja auch ne lager vertreten und weiß ich was aber ich kriege immer noch ressourcen ist das stand nicht eben ressourcen ist für heute das geschafft oder sowas hinten sind zwei hat man zum markierungen weil es ja nur die midi karte im auge behalten da sind diese gelben markierungen was da sind irgendwelche kisten das krate was well hidden steht mitten in der landschaft rum wird sich veralbern also natürlich muss das mit dem dietrich knacken da ist da die kiste will ich haben ok dietrich wie geht das jetzt hier öffne die tür geht nicht mittler dietrich habe ich die weggeräumt jetzt habe ich keine dietrich dabei hier ist etwas zum ausgraben richtig muss ich die stelle finden wo ich gucken muss das ist ja verschlossen zu hause gelassen super dolle spiel so wo ist hier wo ist das erz ressourcen abbauen kritisch treffen kann gut christian müssen mehr raus die leiden sagen soll ich auch schon wieder das wird was kochen ab 4 uhr wird das schlecht gesettet doch auch etwas zu ja genau genau kannst du die nicht herstellen was kann ich erstellen dietrich stimmt stimmt ja da war ja da mein das traum steht genau gefertigt man brauche nur holz für ok lol holz und stein 50 holz 25 stein brauchen ein paar kann ich nicht mehr ok machen wir zwei ja stimmt unterwegs kraft vergesse ich immer ach mittlerer dietrich nee ich habe ja nur die einfachen wie heißen sie anfänger dietrich genau da muss ich bestimmt hier was skillen muss ich bessere freischalten kann war meister schloss knacker anfänger dietrich kann gefertigt werden ja das haben wir ja nach kauf expertise erhöht maximale einzel verschiedene schatztruhen mittlerer effekt des nächsten levels mittlerer dietrich kann gefertigt werden dafür muss ich aber sammler level auf 14 haben und da habe es falsch übersetzt das hier heißt sammler das heißt auch sammler warte mal habe ich denn hier noch hier was jetzt freigeschaltet nee da brauche ich holz für hast du besser kann man hört sogar hört ihr das man hört sogar die patronen fallen wenn man schießt und darauf achten ist geschieße und hat sogar die patronen diese fallen und die knacke klingt schallgedämpft ne mit meiner erfahrung glaube ich ja ja genau so ich soll aber wieder leinen sammeln ja aber da ist man halt ne auch angehalten nach und zu mal was farmen zu gehen es wird dunkel zombies kommen ja super ist das erz übung macht ein leister genau vom ingenieur ist nichts zu schwören und hier komme jetzt bin ich irgendwo drin ganz ein anderer ton hier geil da oben ist die kiste erkältung ja super alles schon alles geil gemacht obwohl es eigentlich noch relativ billiges game ist also und aufbauung her es ist halt in unity und die engine ist immer geil das ist eine erkältung warum ist wieder eine erkältung her will ich jetzt wissen was bei nacht tiefe schwere zombies kommen eigentlich nicht ne habe ich bisher bei nacht immer verpisst hat er mich doch allen gespuckt oder ist das ein anderer ich muss für die pillen irgendwie mal auf eine andere auf die leiste wo sind die pillen wo sind die pillen na jetzt krieg ich da oben wieder genau muss ich da was essen ich esse mal noch was ja das wollen wir wissen da waren da so komische elite fischer mit dabei gewesen da lief ja eben schon so ein relativ hochleveles durch die gegend nein der ist wieder resettet ach wie ich das das ist das müsst zu kotzen jetzt ist sie wieder weg und hat wieder volles leben nö 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 und zwei stauffen reste super hönngröhnend frosch dann ist ja zu klein ja bei nacht gibt es ja auch besondere sachen zu machen sammeln der besondere bären besondere oberst dahinten das rote markierung ist was besonderes ist rockmarkt genau ochsfrosch wo ist er muss er hin ist komisch umgesetzt finde ich auch ja genau ja aber bei anderen spielen ist das ja auch so da kann man dann ja wenn es einem zu gefährlich wird weglaufen um dann die gegner zu resetten oder wenn es hat passiert und man will das gar nicht natürlich scheiße vor allem wenn der gegner fast tot ist und du hast irgendwie 30 schuss reingeblasen hallo blut weggepackt ja super krokodil flachwasser krokodil über der medizin auch ochsenfrosch das kochen beginnen diese ochsenfrosch schmeckt ein wenig wie huhn ungewöhnlich nachts aktiv genau wird zu kochen verwendet kann am see in der ebene gejagt werden zutat nachher ist wieder anzeigen das chip ich hab jetzt auch frosch symbol oder sowas gesucht ok das was ja doch hier ist ja ein frosch ok kochen beginnen ist wieder nach hause ich muss noch dinger hier sammeln cool und schrott ok das hier wollte ich sammeln an ich bin fertig damit koko von hinten hier und erschreckt ich habe mich noch trotzdem folgendes war witzig habe ich schon erschreckt wo die knarre ist nicht verkehrt gutes level 30 spieler aber habe ich gesagt level ist in dem game gar nichts wenn dann die gruppe nicht stimmen ich will jedem ressourcen wissen das ist ja wirklich um vier uhr oder so reset ja mal gucken und das gibt ja nachher auch daily quests und weekly quests und daily lager quests da liegen wir die tiere der firma schleich man kann ja auch angeln und kochen und farm ist auch ja gut mit der farm aber noch eins bis es mal nach das übliche halt hier ne holz hacken also ist es schon anschluss von ist doch gar nicht tot holodammt ok hier sehen habe ich jetzt genug tier sie ich brauchte noch tier sehen für das leder da musst du dein lager aufhörten oder besonders klein ist was ich meine base und dann ja 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 problem ist halt dass ich gerade so viele spiele spiele und wenn das hier quasi so ein zweites last year wird wird es macht auf jeden fall bock wie sagt hier kann man ja auch da wirklich planen zusammenspiel ist das hier was ist dort ist denn hier der ollo ollo damm ok ich wollte aber noch die ganzen dinger hier freischalten und bloß markt es war ach so park und wer hat mich eben nicht gefunden parko du hast mich nicht gefunden weil ich also bestimmt im spiel wo ging das c nein 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 wo sehe ich mich denn ich habe gedacht hier hier war eben auch meine id woche neben meiner id sehen offline freund hinzufügen und sag mal wie du hast du ich versuche dich mal hinzuzufügen hier meine id 1 1 0 0 1 3 0 5 1 3 7 bei dort noch ob das was hilft ich ihm gar nicht weiter darauf angegangen ich meine ich habe dich schon als freund ach so ich kann sagen wir haben das war es doch vorhin hier mit wer ist das denn und blablabla haben wir ich bin ich drin liebe freunde und so sind liebe freunde da genau jörner paul sagen wir hatten uns doch schon hinzu blöd ich dir ja etwas genau wird da muss neun wird da muss was genau sie können sich das abschalten abmalten freund hinzufügen red deimos neun suchen ja hinzufügen anwenden freundschaftsanfrage verschickt was freundin zugefügt okay nicht wieder sauren regen ach dann erstellen abhauen schnell spacko du warst es nicht der ritter irgendwas war es eben ich kann hier auch ich habe genau ich habe hier alle möglichen bodenplatten gebaut und ich muss jetzt erst noch weiter erweitern damit ich hier noch mehr fundamente bauen kann holzhaufen zerlegen wort davon kann ich das denn den holz okay nicht viel holztisch zerlegen holztisch was für ein holztisch das ding hier den stapel beim sauren regen stand vorhin was dass er auf die rüstung geht also stand was ich hab schon ausguckt auch weg gemacht ich brauche auch gras entfernt haltbarkeit wo stand denn die haltbarkeit 455 von 500 da stand was dass die rüstung um 20 prozent verringert wird das ist nicht ob es auswirkung auf die haltbarkeit war so dass die rüstungswert sich verringert hat zwei klasse auch regen wäre verständlich wenn dann ja akku von der von der cabis hallo mein handy ist gerade ausgegangen genau jetzt sogar okay verlassen das schuppen zerlegen nicht zu legen dann habe ich platz hier das bestellen so cool aus ich will so ein leder ding bauen normales leder immer noch nicht genug die absolut hier sind ja hier sehen muss dass wir hier machen nein muss ich nicht doch da auch 69 ok hast du keine richtige keine richtige was web cam nein warum auch ich benutze mein handy als camp und bild ist doch kraft scharf genug oder nicht ich habe fünf euro für die app ausgegeben bevor ich dafür 80 90 100 euro eine camp kaufen und ich brauche das handy während des streams eigentlich so gut wie nie weil ich wenn ich streame streame und ich am handy irgendwas mache alles was ich am handy während dessen machen kann kann ich auch am rechner machen sprich whatsapp oder discord gut telefonieren kann ich nicht aber da mich in den abendstunden wenn ich streame eigentlich eh niemand anruft brauche ich mein handy da nicht früher hat der akku auch mal länger gehalten ich weiß nicht ob es an der app liegt weil die app mehr saft jetzt frisst oder einfach weil das handy so alt ist der akku jetzt ein bisschen nachgibt aha normales leder jetzt können wir es bauen was war doch leiden flanell war auch dabei ein flanell war mal auch sperrholz brett war und kupferlegierung und kupferlegierung war meine ich auch und wie gesagt ich bin mit der qualität des bildes eigentlich sehr zufrieden kann man sich auch irgendwie so ein elgato zeug oder logitekt zeug oder razor q oder sowas kaufen so können wir jetzt hier erweitern jawohl verbessert schnall im fünften stockwerk frei ok charakter level mit erhöht sich auf level 59 die erhöht sich auf 59 über 59 gewährt zwei fahren an raster gebäude plan freigestellt ok die neue badewanne und neuen schrank britische antike chiffoniere 28 slot ok cool was ist maximale charakter der willerei es geht zum stückspunkt über stück zu steigern ja danke für die tipp da bin ich gerade brauchen wir für level 8 die level 6 erst mal auf level 7 brauchen wir jetzt noch mal zwei von allem aber zwei leder schanel sperrholz und kupferlegierung ok ok so schon wieder weiter fahren oder einfach ein bisschen mit dem tutorial weitermachen kollegiere euch zwei stück können wir noch herstellen leiden flanell brauche ich zwei stück nein nein stopp nicht noch mehr kollegierung ein flanell zwei stück so dann gehen wir schon ne fehlen mir wieder leidensamen für auch nur farmland muss auch auf level 2 level 2 da kann ich noch mehr dazukaufen ok auf level 2 oder mal die stützpunkt level 6 von 5 6 von 4 und hier über level 7 gibt es nicht die zweite 7 macht zu ich hatte jetzt nur gelesen dass ich zwei farmland dazukriege erreiche schützpunkt level 7 zum freischalten es gibt keinen gemeinsamen schützpunkt gibt keinen lager schützpunkt verbessern schaltet baum 6 schockwerk frei verbessertes verbessere also ich kann das dann diese vorteile kriege ich wenn ich auf werde so habe ich es verstanden charakter level immer noch neu ich muss auf level 9 kommen um auf 69 weiterzumachen ok charakter level verbessere das farmland auf level 2 ich denke erst mal es verbessert dann das farmland auf level 2 bauplan bereits freigeschaltet also das denke ich mal kommt dazu und das hier brauche ich verbesserungskosten und dann gibt es wieder neue baupläne anleitung für unterwegs dann kann ich hier was neues unterwegs bauen so verstehe ich es ne hier oben steht immer was was dann dazu kommt siebte stockwerk jetzt zweite farmland rasta i don't know achtes stockwerk neunte stockwerk alder okay es gibt insgesamt das level du kannst jetzt ein 40 stöckiges gebäude bauen ich habe gerade zwei stockwerke und das zweite noch gar nicht im betrieb ok ja 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 also hier leder flanell und sperrholz brett jeweils zwei stück noch leder und kupfer haben wir leder kann ich nur eins bauen weil keine präriere haben mehr hier von den ich holz brett sperrholz brett keine kleine tierhaut normales leder kleine tierhaut habe schon was zum dingsen kleine tierhaut da kleine tierhaut dann allerdings auch noch prärierein samen nein präriereinen brauche ich ne kommt einfach ab und soll gucken wir mit den punkten na ja wir haben vier uhr wird vollgeladen auf vier uhr hat sich das wieder ok das war das was da stand ne um vier uhr wo stand das eben da oben ne täglich um vier uhr werden neue veredelung versuche ausgegeben und die nicht genutzten versuche der vorherigen sieben tage werden auf den neuen zähler übertragen obergrenze gilt für die verwende ja jetzt müssen wir gucken dass ich wirklich was mache ich auch die punkte hier ausgebe ich glaube was drüber ist verfällt war und das ist cool dass wir das alles als ein behältnis anzeigen lassen kann schnell lagern zack dass wir so weg packen kann packt er weg das habe ich ja komm hier habe ich noch so nach diesen bauplan regal lernen freigeschaltet 999 das wird alles wegräumen noch ne was aber jetzt zement bauplan blaue muße polsterhocker hier bauplan blaue muße doppelbett bauplan gewöhnliche goldene stehlampe kronleuchter auf wiedersehen auf zu winken sonst riecht der arm ab steffen achso ich bin gerade die kamera ihr seht mich ja gar nicht mehr gute nacht steffen danke bis mit dabei gewesen sein ja fünf uhr scheiße bock aber so für zeug hier ist das denn alles hier auch mehr ab da gibt es noch geld ausrüstungswertigungskiste hat er ist noch mal zeugt drin okay das auch noch mal zeugt drin schlappe ich das mit mir rum hier gerade interagieren wegwerfen da kann man mit interagieren sich hinsetzen ja guck mal hier habe ich da so kleines surfbrett ständer und surfbrett tisch okay ich glaube ich muss noch neue kisten haben ach ja stimmt kochen wollte ich auch noch als wo wo ist das schildern ist ja hallo hallo hier kannst du fische mehl das ist mit backen war mehl und ei und fleisch und gemüse gefüllte eierkuchen keine spezialeffekte okay was macht das neu pro sekunde 61 lp sechs hunger und 0,6 gesundheit 3 sekunden also halt das 480 goal ist doch die frage wie komme ich an mehl habe ich jetzt eben vorhin gefunden da können wir essen hier gegen den hunger trainiert könnte ich auch schon wieder ne glaube ich körper genau muskelschmerzen sind weg das war so cool gemacht sit ups und squats und hüpp und hüpp und hüpp und gucken ob sich das menschen oben jetzt bewegt nur die kondition hat sich grad das hat sich vollgemacht da hat sich gar nichts geändert mental vitalität wie konnte ich denn die äh du bist voller energie sammler ich bin keine fünf prozent erholt du fühlst dich ruhig und stabil oder noch nicht durch dunkelheit angegriffen wenn die nacht einbricht beschleunigt dunkelheit die schwindigkeit mit der du klarheit verlierst vitalität ok hygiene waschen brauchen wir auch nicht stoffwechsel magen leicht schmerzhafter und dann erstmal halt noch mehr oh schnappi äh ist aber noch nicht mal ein drittel der karte ja äh ich auch nicht wo konnte man das sehen ja ich allein in meiner region habe ich erst 26 prozent wo konnte man das denn sehen hier können wir irgendwo gucken mit weltfortschritt und weiß ich was ne warte naja das war hier äh da erkunden welterkundungsfortschritt 5 prozent wie krieg ich denn jetzt da wird eigentlich da rauskopiert ich hab dir doch eben eine anfrage geschickt an nacken 37 ich hab dir doch eben schon eine anfrage geschickt schnappi ach da da ja was ist das heraus überleben dadurch und unermüdliche anstrengungen hast du deinen stützpunkt bereits auf level 6 verbessert du kannst jetzt deine türen und wände im gebäudeplan verändern brauchst du einen größeren innenhof du kannst farmland und baumhäuser räumen um mehr platz zu schaffen ok danke mit deinem was ist da ja genau freund hinzufügen id einfügen suchen nacken hinzufügen anwenden freundschaftserfahrer geschickt ok ich brauch noch ein bisschen Fleisch kochlevel erhöht je kochwissen plus 264 ach wie heißt es jetzt dann aber kochwissen ich zeig schon wieder in die kamera das kann ich an hier hieß es jetzt explizit kochwissen ok guck mal das level sich von alleine oder wie nur die ersten ach so die ersten drei muss ich selber leveln oder wie verstehe ich das hier äh ersten vier der koch hat sich gerade von alleine auflevelst guck hier ist das ding hier könnte ich auch aufwerten hier könnte ich aufwerten koch hat sich von alleine gerade gelevelt ich hab schon wieder 1000 ok koch hat sich gerade level sich angler dann auch von alleine und ziehe genau das scheint sich von alleine zu leveln dann ne betteln sondermodus benutzt du den pappkarton des battlers um verschiedene emotes anzufordern und auszuwählen kannst du dich jetzt in die stadt setzen und betteln das knacken setze ein dietrich ein um alle möglichen verschlossenen räume zu öffnen ach du scheiße ich bin so mit mini game ohne bei den anderen ich kann hier nichts machen olaf ne beim sammler kann hier kann ich nichts und die 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 helfen. Plünderer trauen nur ihren heimatlosen Gefährten. Obdachlose Personen haben Zugang zu unterwärtig zur Siedlung der Plünderer. Du kannst verfügbare Ressourcen benutzen, um daraus einfache Unterschliffe zu bauen. Ein Sondermodus hier. Und hier muss ich halt um den mittleren niedrigsfertigen Sammler auf Level 14 kriegen. Kriege ich das dann nur durch Betteln hoch oder was? Betteln und Schlossknacken? Wie benutze ich Betteln? Das ist jetzt die nächste Frage. Benutze den Pappkarton des Bettlers, um verschiedene Emotes anzufordern und auszuwählen. Und das Bettlers? I don't know. Hi, Nacken. Ah, Snappy. Was hast du für eine Mütze? Toko? Was ist ein Toko? Bitte erhöhe zunächst. Ja, ja, ja. Wissen wir. Wissen wir. Was ist der bei mir? Auf von der Base. Guten Tag, guten Tag an Wolo. Also ich habe jetzt gerade die Vermutung. Die hier. Die ersten kann ich bestimmen, was ich haben will. Hier das Level sich von alleine. Und hier habe ich schon gar keine Ahnung. Muss ich jetzt die Tutorial abschließen. Listenanzeige. Ach, guck mal hier. Geht auch so. Standardsortierung. Level von hoch bis niedrig. Okay. Hier sehe ich mein Ressourcenwissen. Ressourcenwissen kann erhöht werden, indem man Holzfäller, Bergarbeitersammler oder Jägerrolle ausübt. Diese vier Rollen können jederzeit über das Rollenfenster trainiert werden. Tägliche Ressourcenwissen. Heute gespeichert. Heute gespeichert. Wöchentliches Ressourcenwissen. Okay. Also nur die ersten vier kann man selber quasi erhöhen. Die optimale Nutzung der verschiedenen Ressourcen in der Wildnis ist die wichtigste Prüfung für jeden Überlebenden. Durch die verschiedenen Rollen, die dir im Spiel zur Verfügung stehen, kannst du eine Vielzahl von Überlebenserfahrungen machen. Wer der Holzfäller, Fischer, Koch, Jäger oder sogar ein Plünderer. Welche Anleitungen und Baupläne die Spieler freischalten können, hängt von der Rolle ab, die sie spielen. Die Werte der Rolle steigen direkt mit dem Levelaufstieg und jede Rolle verfügt über exklusive Spielmechaniken. Weitere Informationen findest du in den Talenten und Fähigkeiten der einzelnen Rollen. Ressourcenwissen kann erhöht werden, indem man Holzfäller, Bergarbeitersammler oder Jägerrolle ausübt. Diese vier Rollen können jederzeit über das Rollenfenster trainiert werden. Okay, 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 I got it. Das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. So, ich schaffe neue Ressourcen. Das haben wir auch gemacht. Pflücke einige Tomaten und koche Nudeln mit Tomatensauce. Neues Rezept. Oh, wo soll ich jetzt Tomaten pflücken? Es gibt auf jeden Fall immer noch viel zu lesen, aber eigentlich super, wenn man sich die Zeit nimmt und liest. Wenn man sich die Zeit nimmt, stört man auf keinen Fall dumm im Game. Ja. Aber hier wird zumindest alles erklärt, ne? Gibt der Game, springst da rein und dann kannst du irgendwas machen, weißt aber nicht wie und wo und warum. Auch mit Haustier und weil ich auch noch komplett überfordert. Muss ich Tomaten anbauen? Ich kann doch Tomaten anbauen, ne? Ursen, Chinakool, Ananas, Römersalat, Mais, nee. Wo kriege ich jetzt Tomaten her? Oder habe ich welche? Bildbeeren? Bildbeeren? Ausrüstung? Ressourcen? Training? Kosten? Kosten? Okay. Essen? Ich habe sogar 8 Tomaten in der Tasche! Kochen Nudeln mit Tomaten, Soße und Gemüse. So, jetzt konnte ich mir doch hier irgendwo, da, Rezepte anzeigen. Tomaten mit, Suppe mit Pilzen. Geben Sie Gerichtnahme ein. Tomate. Oh, das habe ich jetzt gemacht. Tomate. Suchen. Tomatensuppe mit Pilzen. Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse. Tomatenmarmelade. Lass es euch machen, ne? Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse. Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse. Ja. Das ist cool. Das kann man jetzt, was hier alles implementiert ist. Gibt es als Suchbegriff Tomate ein. Tom-Tag, genau. Tomate. Suchen. Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse. Zutaten vorbereiten. Zack. Legt ihr das da rein. Kochen. Erstes Rucksack ist voll. Oh. Das ist was. Tomatensauce und Gemüse. Tomate. Suchen. Toamte. Toamte. Oh, Digger. Dein Ernst. Tomate. Suchen. Nudeln mit Tomatensauce. Vorbereiten. Vorbereiten. Kochen. Ja, ich könnte mir ja auch so ein anderes Kochding, glaube ich, kochen, äh, bauen, ne? So. Was kann das jetzt? Tomate. 14 LP. 2 Hunger. 0,8 Gesundheit und 3 Sekunden. Energie niedrig. Ja, dafür habe ich das Fleisch. Das Fleisch macht halt voll viel Hunger, ne? So voll viel Hunger weg. 30 Hunger. 10 Sekunden. 10 Hunger pro Sekunde über 3 Sekunden. Hier, das ist halt so zum Heilen. LP heilen. LP heilen. Füllte Eierkuchen ist richtig fett. Da brauchte ich aber eben Mehl und Eier für, ne? Pilzsalat. LP. Hunger. Gesundheit. Oh, Gesundheit. Pilzsalat ist gut für Gesundheit. Saatensverringerung gegen Zombies. 7,3 Prozent. Okay. So, Auftrag erledigt. Äh, nein. Da, dann, äh, da. Äh, nein. Sammle Tomaten. 1 von 3. Wo habe ich denn jetzt Tomaten gesammelt? Und warum habe ich 1 von 3? Fertig. Geh nochmal auf Rezepte. Und dann? Fertig. Füllte Eier. Ja, ihr seht, die ich schon mal gemacht habe. Tomate. Nochmal Tomate ein. Tomatenmarmelade, Tomatensuppe mit Pilz. Das ist das, was ich schon mal gemacht habe. Und die habe ich ja quasi entdeckt, die Rezepte. Erhöht den Schaden um 31. Oh, das auch noch. Nudeln mit Tomatensauce, Gemüse. Erhöht Krit um 5 Prozent. Verringert Schaden durch sauren Regen. Okay. Tomaten, Fruchtjoghurt, Tomate, Honig und Früchte. Tomaten kannst du sammeln, wo du schon die ganze Zeit gesammelt hast. Eine Ortschaft. Aber hier kann man sich nicht anzeigen, wie man sich beschafft. Scheiße. Saftige Frucht verbreitet. Sammeln in der Wildnis. Okay. Am Anfang, oder? Ne, da gab es noch Wildbären. Beeren, nicht Bären. Sammeln drei Tomaten. Wo denn? Das sieht man hier leider nicht, ne? Redwood Wald. Äh, warte mal. Wildbären, Wildgemüse, Strohpils, Kürbis. Und wenn du später profil im Spiel bist, kannst du immer entsprechend Futter auswählen. Ja, 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 ja. Da kann man dafür verschiedene Zwecke, verschiedenes Essen kochen, ja. Ist das hier, ne, so nicht Wildbär oder Wildgemüse? Zentralebene, ne? Doch, Zentralebene, ne? Wo ich gerade eben war. Tomaten, Gott sache. Danke. Und so wieder hier rüber. Äh, nein, 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 mach mal weg. Äh, wo ist es? Hier war doch eben ein Punkt, wo ich hinreißen konnte. Ach so, warte, muss noch da gehen. Da hab ich eben Tomaten. Mein Max ist was. Und viel Geld als bei dir, du kannst das fertig gekochte Essen mitnehmen. Ja! Genau, man muss es nicht an der, an der Dinge essen. Komm, warte, jetzt musst du noch den Äpfel da oben auf der Minikarte Ausschau halten, ne? Na. Tomate. Zwei von drei. Perfekt. Zwei von drei. Perfekt. Hast du keine Ressourcen wissen, da anhäufen kannst. Da muss ich bestimmt auch täglich ein paar Stunden aufhalten. Das ist wieder weggepackt. Okay. Hast du da hinten ist das Haus, wo ich nicht reinkomme, ne? Ne, warte mal. Ja, doch da, das Haus, da komm ich ja nicht rein. Mittlerer Dietrich. Da muss ich gucken. Gemüse und Obstkorb. Mais. Gebebe. Mittlerer Dietrich habe ich ja nicht. Da drin ist noch ein Ding. Aber nicht durchs Fenster, ne? Da ist noch ein Schrank zum Durchsuchen. Gibt aber keinen anderen Weg rein, ne? Wäre jetzt so einfach, wenn es noch einen anderen Weg gäbe. Okay. Äh, lol, hier. Okay. Komme ich auch nicht rein. Komme ich nicht rein. Da hinten ist noch so eine Essensmarkierung auf der Minimap. Ohne. Pilze. Pfifferlenk, okay. Ich sehe immer die Markierung auf der Minimap. Aber wo ist jetzt das Herzvorkommen schon wieder? Wir nehmen mal weg. Hier wohl, Schnappi. Ich hoffe, hat jemand das Spiel auch Spaß? Wie gesagt, ich kann nicht 100% versprechen, dass ich das jetzt ewig und regelmäßig spiele. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ob ich das so intensiv für LDOE spielen werde, weiß ich nicht. Wenn wir halt so ein Lager gründen wollen, ja. Vielleicht nicht verkehrt, ne? Regelmäßig dran zu bleiben. Also, Jimmy Floyd hatte das Spiel ja als Last Day on Earth in 3D ein bisschen umschrieben gehabt. Ich würde sogar behaupten, es ist besser. Jetzt kommt ja auch noch drauf an, ob es Tag oder Nacht ist. Hier dachte ich, was du hier finden kannst. Das hat ein anderes Gameplay. Gar nicht vergleichbar mit Last Day on Earth eigentlich. Es gibt viel mehr Ressourcen, die man sammeln kann. Es gibt verschiedene Gebiete, wo es dann auch noch verschiedene Ressourcen gibt. Das ist nicht unvergleichbar, auf jeden Fall. Was weiß ich hier gerade noch? Ach so. Äh, das ist erst, ich brauche noch eine Tomate. Leider keines, da haben wir noch eine Sperre. Das Kochsystem, allein das Kochsystem ist komplett anders. Ist sowas gut, dass man da halt für, was ich sich im Brett zu craften, Tiersehnen brauche. Ja, ist halt, ne? Das bin ich wahrscheinlich geschuldet, weil es in verschiedenen Gebieten verschiedene Rohstoffe gibt, die man sich dann zusammensuchen muss. Und ja, Olaf, du hast recht, du hast mir ja in einem Kommentar geschrieben, ne? X für die Drohne. Ich stehe sogar unten rechts, aber ihr habt da immer das, ihr habt mein Kanal-Logo da immer drüber. Ich könnte auch hier, keine Ahnung, was mit der Drohne machen. Das bist du auch nie benutzt. Die hat halt, die, die verbraucht jetzt halt dieses Zeug hier. Taktische Ausrüstung, genau. Wer macht die Drohne auch was? Null. Aber jetzt schießt sie, okay. Aber auch was? Okay. Oh, speziell Antikörperpuffer, okay. Ich erschießt die Kinder und der, äh, stillt ein Wild da und dumm daneben. Okay. Na, jetzt hat er hier von diesem Zeug da was verbraucht. Das da. Genauso, wenn ich Z drücke. Das ist das Heil-Ding. Er verbraucht jetzt auch hier das taktische Zeug. Und das kann ich ja unterwegs craften. Äh, mit O. Da, das da. Äh, nein. Äh, das taktische Ausrüstung, genau. Aber brauche ich. Ja. Das ist taktische Ausrüstung. Auch da gibt's verschiedene Rezepte für. Wetter Eisenerz oder Kupfererz, ne? Wie nach dem, in welchem Gebiet ich bin. Okay. Und Munitionskisten, genau. Aber auch schon die Patronenhülsen für. Aber die kann ich ja kaufen. Genauso wie das Rohschießpulver. Jetzt kannst du das selber herstellen. Oh, man kann das Schießpulver selber herstellen. Lol. Aus Holz und Stein. Oh, scheiße. Und halb sechs, ey. Sechs mach ich noch. Dann geht's mal ins Bett. Und es steht auf passiv. Oh, wo könnte ich das umstellen? Halbbarkeit ist abgelaufen. Werkzeug zerstört. Okay. Das ist Tomate. Wildbär. Okay. Wildbär. 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 Ahh. Kannst du doch mal respawnen. Ja tut mir leid, tut mir leid, es ist Apokalypse. Das tut mir so leid, wenn man Tierkinder erschießen muss. Nur Tomaten sammeln. Da hinten ist noch das Symbol. Wer ist er denn da? Ja, auch das System, dass man da oben halt Munition hat. Mit den verschiedenen Waffen, ne? Und dann mit diesem mit den Dingen hier auffüllen kann. Wo ist es da, ne? Zack. Mach ich wieder 1100 Schuss. Bist du Tomate? Du bist keine Tomate. Warum bist du keine Tomate? Ich laufe irgendwie die ganze Zeit immer am selben. Warte mal. Lass mal nach da einen Funkturm freischalten. Ich habe markiert den Spot. Captain Chimmy. Ich habe eine Stelle markiert, okay? Das Auto laufen an sich eigentlich auch eine coole Idee. Kenne ich auch aus ganz vielen anderen Spielen. Du markierst da eine Stelle und der rennt einfach da hin. Ich mache gerade gar nichts, ne? Der rennt automatisch. Hase. Hase. Krokodil. Markierungen auf der Karte oben auch wieder, ne? Essen. Stoff. Die Holzmarkierungen habe ich mir schon komplett ausgewacht. Sonst wird die ganze Karte oben voll mit Holzmarkierungen. Gute Wegfindung, ja. Er läuft halt nicht querfällt ein, sondern er versucht immer Straßen zu nehmen, ne? Dass ich immer noch schneller drauf rennt. So, haben wir hier wieder. Dann haben wir hier das Gebiet freischaltet. Zack. F. W. Und auf die Mini-Karte nicht nur Tomaten einstellen. Doch. Könnte ich. Sogar das könnte ich, Bako. Kannst du hier auf der Karte einstellen. Hier, bei Ressourcen, was du sehen willst. Jetzt alle Wildbilden. Ne, ne. Ne. Nur Tomaten geht nicht. Entweder Wildbären, ja oder nein. Das sind dann Wildbären, Tomaten, Pfifferlinge und schwarze Johannisbeere. Da kann man nicht nochmal, aber wenn ich jetzt den hier noch anmachen würde, Holz, dann wäre mir die ganze Karte, ne, gar nicht. Okay. Doch, da ist um die Mini-Map fast komplett ausgefüllt mit Holz. Stimmt, den Unterfilter kann man keinen setzen. Aber auch das System, dass ich jetzt quasi auf Level 59 gefangen bin, solange ich meine Basis nicht weiter ausgebaut habe, ne? Das ist eigentlich auch ganz gut. Jetzt könntest du, wenn du das Spiel kennst, halt anfangen, irgendwo auf einem neuen Server, bang, Levels auf Maximallevel hoch. Ne, da ist das alles ein bisschen mit Bremse drin, ne? So, das fühlt sich an, wie ich spiele mit gezogener Handbremse. Aber nicht verkehrt. Gefällt mir komplett, das Spielprinzip. Warum schon in der Kiste, jawohl. Andermast 1 von 4, jawohl. Okay, hier können wir noch hoch. Ne, jetzt hab ich hier auf der Karte halt hier so im Kreis alles freigeschaltet. Trotzdem muss ich die Wegpunkte doch freischalten. Also einmal hinlaufen und die Bushaltestelle da anklicken. Lehm und Geld, okay. Das ist exactly, aber sowas von exactly what I need. Wie war das jetzt? Shift gedrückt heute, ne? Jawohl, gesagt. So, Tomaten, äh, da hinten. Eventuell. Nehmen wir auf die Mini-Map gucken, wo das Apfel-Symbol ist. Da ist nur Pilze. Aber nehmen wir auch mit. Und wenn der Raum hier im Weg steht. Oh, was hat er denn da? Ja, braucht ich dafür Fleisch noch? Ich weiß es nicht. Wie er automatisch das schon anmacht in der Nacht, ne? So, wo gehen wir hin? Da. Tschö, hallo, tschö. Tschö, tschö, hallo, tschö, tschö. Huck, was ist das? Oh, 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 oh. 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 Verdammtes Essen, kaputter Walkman, okay. Oh, 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 oh. Kommen die alle her? Ja, ich weiß jetzt nicht was, aber in der Nacht kann man hier eine besondere Sache finden. Oh, oh, oh. Teddybär. Spot. Navigationsgewerk, okay. Oh hier. Flugzeuge. Oh. Geh! Wie geht's mir? Nur Hunger, okay. Äh, es war eigentlich den Apfel. Wo ist er? Ah, Milze. Super. Nehmen wir auch mit. Das wird doch ne Tomate. Meine Tomate. Oh, guck mal, hier ist ganz viele Äpfel auf der Mini-Map. Tomate? Da, Tomate. Jawohl. Ne, schwarz-Johannisbeere. Ne, Wildbären. Das war auch ein Regen. Oh, nö. Kommst du rein in den Truck? Wie lang geht der Regen? Es ist ein Teddybär-Schrott. Was hab ich denn da für ein Symbol? Die Älterung. Keine Ahnung, was mit Älterung gemeint ist. Das macht saurer Regen. Verringert alle 10 Sekunden die Gesundheit um 1 und die Rüstung um 20%. Das ist der Regen wieder vorbei. Okay. Dafür ist überall respawn. Bist du doch nur noch eine Tomate? Ich bin nicht mehr zu lesen. Hast du die Stoffkasse schon irgendwo gebraucht? Äh, Verbände. Äh, ne, pflanzt Fasern. Ah, hier. Äh, hier. Ne. Hä? Äh. Äh. Einfaches Material für die Fertigung. Und Kleidung. Okay. Ich hab da, äh, ich hab da, äh, Ring mitgebaut. Scheint nicht. Ich hab da Verbände damit gebaut. Kleidung. Ich, okay. Er tickt auch schon wieder komplett aus. Ich hab 우리 aus. Ach so. Entschuldigung, hab ich nicht überlesen, Olaf. Ne Tomate! Kann ich irgendwas mitmachen? Nö. Aufklettern. Bist du Tomate? Ne, als Sträucher. Bist du Tomate? Du? Nein, das ist auch eine Wildbeere, richtig? Oh! Entschuldigung. Äh... Auch eine Beere. Also wenn es ein reines PC-Spiel wäre, würde ich sagen, gutes Game, aber keine Überraschung. Merkenswert. Ja, aber... 680 MB waren es, glaube ich, Download aus dem Playstore. Nach der Installation über 6 GB an Download nochmal fürs Spiel und wenn man sich schon angemeldet hat, nochmal 4 GB Download. Muss man schon, äh... haben den Platz auf dem Handy, ne? Oder auf dem Tablet. Gut, mittlerweile haben die ja auch... 512 GB, dann weiß ich was, ne? Dann weiß ich nicht, wie die Hardware-Anforderungen auf dem Mobilgerät sind. Aber wir haben ein Handy, läuft's. Ich habe das A51. Ach, hier kann man gar nicht sammeln. Jetzt bin ich an der Markierung vorbeigelaufen, wo ich hin wollte, ne? Ohhhh... Ich habe einen Platz. Ja, ja, lauf mal hin da. Also so die Grafik für ein PC-Spiel ist mehr so, meh, so 0815. Das ist zwar in Unity gemacht. Unity... Engine... Klebeband. What? Ich habe einen Platz. Ja doch, jetzt hier so mit Regen und die Reflexion dann auf der Klamotte, dass man nass ist. Na ja, doch, auch gut gemacht. Aber auch der Steam Download ist auch 20 GB, ne? Also Spiele belegt 20 GB, äh... Festplatzspeicher. Na klar, durch die ganzen, äh... Gebiete, die es ja wahrscheinlich gibt, oder so würde ich jetzt behaupten. Keine Ahnung, ich bin kein Problem, ja? So, können wir das mal freischalten hier. Mir fehlt immer noch eine Tomate, ne? Bestes der Außenpost, okay. Gästschild 3 von 4. Oh, es ist doch gerade nicht viele Markierungen da oben auf der Karte, wa? Wieder nur eine Beere hier. Berechtigt der Sprecherplatz, berechtigt bei der Masse der Features. Bis hier ist wieder Quest. Ne, lass mal! Vielleicht doch mal demnächst mal, mach ich auch ein paar Quests, die mit, ähm... ...de doch ja nichts zu tun haben. Was ist das Vogelnest? Vogelnest. Vogel-Ei, yeah! Ich brauch doch nur noch ne Tomate! Da! Aber ich sabbel auch wieder alles Mögliche ein, ne? Anstatt das alles nichts liegen zu lassen. Tomate? Nein? Äh... Da! Jetzt bin ich glücklich, da ist immer so ein weißer Punkt dran. Auch wieder nur Wildmeerstrau. Nein? Bis jetzt greift hier meine Einstellung. Als er nicht automatisch schießt, steht er zu weit entfernt. Jetzt so, schießt er automatisch. Wieder so ein bisschen Antikörperding da. Kann man alles brauchen, sagt der Messi und sammelt weiter. Ja! Ich hab doch noch... 54 von 96 Rucksackplätzen, also... Ist ja noch, da geht ja noch! Ah, Tomate? Nein, Wildbeere, verdammt! Hast du aber... Und wenn ich das andere sehe, dass das eine Ding da... Rucksackplatz um eins erweitert... Ja, meine Güte! Brauch ich nicht! Weil nicht mal ein Rucksack der 96 Plätze hat. Tomate? Oh, da ist ja eine Tomate! Aber das ist ein Koffer. Blutkoppeln. Das wäre vielleicht auch ein Spiel für... Serrissen ist sein, verdammt! Du bist bestimmt auch ein Spiel für Toni, oder? 4-0, aber hattest du wieder in drei Tagen durchgespielt? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder keine Tomate finde! Wo denn? Äh... Markierung auf Minimip, hallo! Ach da! Pilze! Ansonsten rennen wir jetzt einfach mal... ...da hin! Ich habe den Spot markt! Brauchst du es nicht? Wer weiß, wann es kommt? Ja, ja, ja! Auch wenn ich da oben schon wieder sehe in der Leiste, wie viele rote Punkte da schon wieder sind, ne? Braucht man sich gar nicht drauf zu klicken, was man schon wieder alles einsammeln kann. Aber so ist das bei den meisten Games, ja. Du wirst am Anfang überschüttet... ...und gegen Endgame hin wird es dann halt immer komplizierter da noch, ne? Ja, aber du brauchst auch immer mehr dann davon. Das ist wie bei, ne? Wie bei den Dealern. Der erste Schuss ist umsonst. Dann willst du mal teurer, du brauchst immer mehr. Halt, dauer am Koffer! Glaubens Essen, okay. Mach weiter bitte. Mach gleich da. Ich habe einen Spot markt! Wo rennt der jetzt genau hin? Okay. Du such doch da! Ich glaube, ich kann das verkaufen. Ich glaube, ich kann das verkaufen, genau wie hier. Ne, okay. Geld. Das kann ich damit, ne? Verkaufen, geeignet zum Verkaufen. Nur zu verkaufen. Zum Verkaufen. Und wer ein verdorbenes Essen kauft, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wo ich es verkaufen kann. 370 LP. So viel habe ich doch gar nicht. Erste Hilfekasten Laps 4. Klebeband. So fertigen von Gebäuden. Lehm. Lehm haben müssen wir mal verarbeiten. Noch mal zurück, glaube ich, Tomate. Ja, ich mache das für den Turm hier. Ja, du kannst ja Recycle-Packo in der Tasche, ne? Da kriegst du Silber dafür. Ich habe bei mir in der Base aber auch so eine Werkbank oder was steht. So zerlegen oder so heißt die, glaube ich. Da bekommst du wieder noch eine andere Währung dafür. So. Wir müssen gleich mal gucken, wenn ich da... Auf Mast festsitzendes Kätzchen. What? Eine Katze. Ich will auch eine Katze haben. Ist mir doch gar nicht darüber eine Katze gehabt, ne? Miau, miau, miau. Ja, aber ich kann nichts mit dir machen. Guck nicht so. Nein, guck doch nicht so. Ist bestimmt für eine Quest, dass ich die retten muss oder sowas, wa? Oh, miau, 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 genau. Bestimmt ein Quest, Alter. Ich hab voll traurig geguckt. Hä? Modify Weapons? Nö. Äh, wo war das? Es gibt doch so einen Recyclingmarkt. Da brauchst du wieder andere Währung für. Also ich kann ja die Sache, glaube ich, in der Tasche recyceln, ne? Oder entsorgen, verkaufen, weiß ich was. Hier. Recyceln. Möchtest du kaputter Walkman recyceln? Nach dem Recycling zu 36 Silber. Recycelte Gegenstände können nicht wiederhergestellt werden. Und dann kann ich die, glaube ich, an der Werkbank bei mir... Hier für... Oh, für die Punkte da. Gold. Silber. Gutscheine. Weitere Punkte. Unterstützungspunkte. Unterstützungspunkte. Unter... Stützpunktpunkte. Weil der... Ruhm... Fahrzeuggutsch. Hier recyceltes Material. Erhältlich, indem du seltene und ungewöhnliche Materialien zerlegst. Achso, genau. Ne, dann ist es nicht der Müll, ne? Kann gegen alle möglichen Arten von Ressourcen eingetauscht werden. Da kann ich dann wieder in so einen Recyclingladen gehen. Also wenn du hier siehst, wie viele verschiedene Währungen es gibt. Dann drehst du auch was durch, ne? Wir werden mal schießen, aber nicht auf Katzen. Ja, ich bin mit der Katze... Kann ich nicht... Kann ich die erschießen? Mal gucken, ob ich die Katze erschießen kann. Die Katzen sind zu süß zum draufschießen. Hast du aber schon den Fittspruch gelesen? Was ist der Unterschied zwischen Hunde- und Katzenbesitzer? Hundebesitzer wünscht sich, ihr Hund wäre eine Person. Katzenbesitzer wünschten, sie wären eine Katze. Ne, kann man nicht verschießen. So... War auf Englisch über Cat People und Dog People. So, wo machtest du jetzt? Wäre eben Tomate gewesen. Hast du da? Ne, das ist Stoff. Ich hör doch einen. War Quack, Frosch. Danke fürs Versuchen. Anzeige ist raus. Der Schimmisch ist raus. Der Schimmisch ist der Wunsch oder die Katzen. Weltbeere... Nee. Bugger habe ich schon wieder. Ach du Scheiße dafür ist das Fleisch... was gut das fleisch wird auch immer stärker war immer so ein level 30 rückliche wieder nacht da hinten ist noch ein apfel symbol auch gar nicht nix da ja endlich endlich heute kurz vor sechs ist überhaupt noch jemand da außer oder von paku doch red ist auch noch da bitte zell mehr über rollen zu erklären hauptmission rollen ich bin immer noch bei den tutorial ich bin doch gar nicht in den hauptmissionen dran so pflücke tomaten für ein bisschen silber ok fertige eine schwere waffe level 30 unverzichtbar kaufe beim waffenhändler im ravenlager ein bauplan für eine schwere waffe um sich dann zu fertigen und auszurüsten ja fertige eine feuer fly einsatz jacke besiege den kettensägendämon what ebte am zentralen kommunikationszentrum haben kettensägendämonen herumstreuen sehen kümmere dich darum siege die kettensägendämonen die umher wandern was was sechstutoriale kategorien mit jeweils unterpunkten mächtig mächtig ja 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 abenteurer leitfaden warte mal wo war das hier nein da hier ohja historie dirigent geh zum unterschlupf nimm einen brief an dich haustier das habe ich ja auch so sehen da mit dem hund da angenommen ne tutorial militärrüstung ja ich möchte mit dir über die neue ausrüstung im unterschlupf der ravens sprechen tutorial überlebenstrupp zusammenstellen tutorial gefahrenzone tutorial bezwinger der elite tutorial sehler der sehler der toten schützpunktsparty revolverheld ah revolverheld hier da war doch ding ah ja da ähm hier hier ja das hier tutorie linie halten frage check nach mehr informationen über linie halten fahrer mehr über linie halt das habe sogar schon gemacht tutorial mission sprich mit kathrin kathrin will dich einholen land des sonnenuntergangs sprich mit hogan und die dunkle sperrzone tutorial visier fertigen habe ich schon gemacht käre zum schützpunkt zurück und benutze die werbung um visieren mit zweifacher vergrößerung herzustellen riefenbeförderung hier zum waffenlager am unterschlupf der ravens und für die page um die siegel einzutauschen 1 von 2 zum mangelbereich ich habe doch schon geangelt geht zum mangelbereich im unterschlupf der ravens fokus fähigkeit klassenlehrer tutorial pflegeheim wenn sie kein sprich über das pflegeheim und hier schwarzes brett mit martin über das schwarze brett fälle des lebens die zum fluss und dann gibt es hier noch events und erkunden super mission nebenmission ja 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 da kann man sich noch ein paar jahre lang durchspielen vor allem nach dem abenteurer leitfahrten kommt er noch mehr ist erfahrungen vergangene reflexionen legendärer steward alligate fortfahren der exunde marke fortfahren los 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 jetzt sind wenig missionen abgeschlossen abgeschlossen ok klacken gewöhnt wieder herz ruf des donners jemand ja erreicher level 10 abgeschlossen der karriere gefolgt aber gewitter und ist verlassener check bei dem süd vorbeigekommen hat ein kind weinen hören überlebenswille noch nicht gestartet warum nicht nelson ist in einer diskussion das ist nicht so viel okay ja 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 was ist das 18 das geht zum unterstück der wälder zu treten mit kane komische der winzige dämonen 53 54 55 das habe ich ja so geschloss fertig hier okay p2 auch wie sie ausrüsten und montage und holzfäller für die grüße von rolle ist mutter schlupf ach so das ist das was ich da oben noch eben offen hatte axel mehr nach rollen ich mache schluss für heute was soll ich dieses wieder alles neu machen Ah, warte, 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 warte. Mächtig, mächtig, dieses Spiel. Frage ist halt, wenn man alles durchscht, ob das es dann braucht, ne? Wie gesagt, den ganzen Aspekt des Multiplayers haben wir ja noch gar nicht. Zum Lager, was man erstellen kann und dann mit anderen zusammen so ein Lagerloch baut. Und man auch noch jeden Tag irgendwelche Missionen machen kann oder muss, um Punkte anzuschaffen, damit das Lager nicht zerfällt und aufgelevelt werden kann. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke einfach mal in den Text rein und schreibe und lese euch mal vor, was der Jimmy Floyd mir geschrieben hat. Wir haben unsere erste Erfahrung gemacht und es ist nicht so leicht, die Gilde am Laufen zu halten. Es bedarf fünf bis sechs Leute pro Tag, die bei einem Zeitaufwand von circa zehn Minuten ein paar Klanaufgaben machen. Nur die Basis, Basics wie Spenden, geh kurz dahin, ist das und das. Mache gemütlich und erreiche jeden Tag Aufgaben. Mache circa 1500 bis 2000 Punkte. Pro Tag brauchst du 10.000 Mietpunkte. Was darüber liegt, kannst du nutzen, um deinen Clan, dein Lager, besondere Dinge wie Karussell etc. darauf heizuspielen. Wir haben jetzt knapp über 20 Mitglieder in unserem Clan, aber nur drei Viertel spielen aktiv. Die Klanaufgaben und mit nur einem kommunizieren wir in-game. So schafft es unsere Gilde wohl nicht, die Miete dauerhaft zu zahlen und wir können uns die Gebäude nicht aufwerten. Also das ist doch so ein Ding, ne? Wenn man dann auch Leute haben muss, die aktiv spielen. Warum, warum, was ist denn hier? Warum ist hier so ein roter Punkt dran? Ich hab's wieder neuen Rucksack freigeschlagen. Ach so. Kann man kaufen, okay. Ja, ist klar. Ja, Katze auf dem Kopf, genau. Wer will sowas? Ohrringe. Was soll ich mit Ohrringe? Ich bin ein Kerl. Ich weiß, es gibt doch mal Kerl, die Ohrringe tragen. Plützpunkt. Ich kann's da natürlich auch noch eine besondere Deko kaufen und, 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 und. Für In-game-Währung, für echt Geld. Da waren wir gerade. Der Minenplan. Genau, da gibt's auch wieder irgendwas. Ja. Hier komm ich nicht weiter. Aktuelle Reserve-EP in 941.000. Uh, ah, hier gibt's ne Belohnung. Im Besitz 0. Ach so. Hab ich nix, okay. Was haben wir hier noch? Ja, wöchentliche Belohnung. Täglich, ne? Kannst du Daily machen hier. Äh, nur noch einfordern. Hab ich aber nicht, okay. Irgendwas sonst viel dabei? Extra-EP-Level 38.000. Verfügbar 941.000. EP-Bonus-Liegehaltbar ist. Ich könnte jetzt, ich hab jetzt heute gar, ja. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Das ist auch süß. Weißt du, das ist eine Herausforderung. Achso, der Scheiß. Das müssen wir auch noch machen. Da habe ich das hier. Lake Town habe ich gemacht. War ich ja wartet dabei? Habe ich das alleine gemacht. Das Linie halten habe ich alleine gemacht. Ich rücke zum Einfordern auf Eisenraven 5. Aktuell bin ich doch. Maximale LP. Maximale Rüstung. Uff, uff, uff. Uff. Kann ich hier noch wieder einsammeln? Flusspunkt Löffel 6 erreicht. Keine Ahnung, was ich mit diesen Pokaldingern da mache. Da ist auch ein roter Punkt dran. Oh, hier kann ich was kaufen. Nein, danke. Aber warum ist hier ein roter Punkt? Der ist da. Da muss ich hier das alles, das möchte ich alles noch machen. He, 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 he. Oh, jo, jo, jo. Guti, Leute. 6 Uhr durch. Olaf, Paco, Red. Alle, die noch da sind. Vielen lieben Dank fürs mit dabei gewesen sein. Ich mache mal, vielleicht mache ich morgen über Tag so ein bisschen Crafting und so Kram. Keine Ahnung. Hier müssen wir auch schon wieder Rohstoffe veredeln. Das Ding hier meinte ich, genau. Waffenbank zum Zerlegen. Ach, hier kann ich so seltenes Zeug zerlegen. Genau, da bekomme ich dann diese Recyclingmarken da oben. Dafür kann ich wiederum im Recyclingmarkt einkaufen gehen. I don't know, I don't know, I don't know. Aber ich bin nicht mehr ganz so überfordert, wie ich mal war. Mal gucken, was ich hier... Next, noch hier, da konnte ich doch... ... jetzt ein neues Regal bauen, ne? Äh, Möbel? Ne. So. Hier, Backofen. Grillfrisch fest erlernen. Okay, dann muss ich erst das wieder lernen. Äh, ja, 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 ja. Was ist das? Wo ist denn jetzt... Ich hatte doch so ein neues... Gleich würde ich hier, würde mir noch ein Filter fehlen. So, von wegen, äh... Aufbewahrung, Dekoration, weiß ich was. Struktur, ne, Möbel. Was war denn, bitte? Aufbewusstung, Drohnen. Was ist was? Bauen, Möbel. Ja, Bri, 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 Bri. Ja. Der hat das gleiche 24 Platz. Okay, brauche ich aber... Stahl und Schrauben für. Die gibt es nur zu kaufen. Stahl kann ich selber... Ne, bei Tony. Bei Cooper. Man ist nicht selber. Erhalt. Doch. Ausrüstungsladen, Recycle-Material. Okay. Ja, dann Recycle-Kennig. Ja, ne? Aber ich glaube, das... Ja, das... Das vergammelte Essen und sowas kannst du echt nur für... ...für Silber weghauen. Und Dekoration kannst du nicht austoben hier. Aber was soll ich mit so Sesseln und weiß ich was, ne? Ich brauche mein Zeug gerade erstmal für Waffen und Rüstungen. Wir spielen das Tutorial demnächst mal ein bisschen weiter. Dann vielleicht ein paar Missionen. Mal gucken, was das mit dem Beruf da auf sich hat. Tank oder Heiler oder DD oder weiß ich was. Heute soll es das aber gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs mit dabei gewesen sein und mit dabei geblieben sein. Zwar nehmen wir viele dabei. Drei auf Twitch, auch auf YouTube. Aber ich sage an der Stelle lieben Dank. Wahrscheinlich sehen wir uns in circa... ...15 Stunden wieder. Vielleicht ein bisschen früher. Vielleicht habe ich auch am Nachmittag Bock. Ich weiß es noch nicht. Ist ja Sonntag. Ich habe da ja auch Zeit. Ich kündige das noch im Discord an. Vielleicht habe ich 15 Uhr oder so mal Zeit und Bock mich hier hinzusetzen. Nochmal zwei Stunden zu spielen und zu streamen. Ich sage bis dahin bye bye. Macht es gut. Ja, man hört und sieht sich. Wünsche euch was. Schönen Sonntag. Ich wicke gerade sogar an die Kamera, aber die ist ja aus. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Haut da rein. Schlaf fein. Ich gehe ins Bett. Wiedersehen. Amen.